Wir haben früher so eine Stunde oder anderthalb Stunden trainiert und haben gedacht, wir sind voll die Krasse und so. Aber wenn du dann mal in China warst und mal das Training mitgemacht hast. Affentechnik. Was mit Schlangentechnik? Der Hase im Scheinwerfer liegt so, äh, Kobra Kai. Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts. Und zwar habe ich heute wieder einen sehr, sehr interessanten Gast für euch. Ähm, wir waren beide Klassenkameraden tatsächlich. Er ist mittlerweile Kung-Fu-Meister. Wenn man das so nach der traditionellen Schule sehen würde, könnte man sagen, ja. Aber ich selber, äh, sehe mich auf keinen Fall, äh, als Meister. Okay, also das heißt, bescheiden, bescheiden. Auf jeden Fall, give it up, Jan Remus in der Haus. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Frisch aus der Schweiz. Heimaturlaub. Schöne Grüße auch an alle Schweizer, die gerade zuschauen. Auf jeden Fall. Verzeiht mir ein bisschen den rheinischen Dialekt. Ich hoffe, ihr kommt da so ein bisschen mit. Die kommen klar. Andersrum wäre es schwerer, glaube ich. Bruce Lee war Hongkong, ne? Ja, genau. Jackie Chan war auch Hongkong, ne? Jackie Chan war auch Hongkong. Aber Bruce Lee war vor allen Dingen L.A. Aber Jan Remus? Schweiz, Berlin, China. Hammer, Junge. Und Monheim. Wir waren ja zusammen in der Realschule in Monheim. Da haben wir, soweit ich mich erinnern kann, uns schon sehr für Kung-Fu-Filme interessiert. Ja, absolut, genau. Kannst du dich erinnern an den Film? Natürlich. Der Inder mit den langen Armen. Der Inder mit den langen Armen, Leute. Ich habe den sogar noch mal gesehen, glaube ich, nach, ich meine, wir waren ja noch jung. Das ist ja schon, keine Ahnung, 25 Jahre her oder so jetzt. Es gibt ja die Kung-Fu-Filme, sowas wie Rush Hour, ne? Also die modernen, sage ich mal, Kung-Fu-Filme. Und es gibt ja die Kung-Fu-Filme, wo die Leute noch so diese Latschen anhaben und die breiten Hosen, diese Reiterhosen und so. Genau. Die traditionellen Trachten, sagen wir es mal so. Genau, so kannst du es sagen. Genau, genau. Und ich muss sagen, ich fand immer die Filme, diese traditionellen Filme irgendwie cooler. Die haben irgendwie so mehr Bums gehabt. Voll. Die haben so einen Charme. Genau, so ein bisschen wie ein Wildbett-Charme. Nur auf Asiatisch, oder? Ja, sehe ich genauso. So, und ich finde, sobald die ganze Materie dann so verwestlicht wird, dann kommt da noch so mehr ein bisschen so diese Sprüche, diese Comedy und die Schmalzigereien. Da waren auch mehr Kämpfe. Ja, ist so. Wobei man sagen muss, so ein paar von den Projekten von Jackie Chan, die der in den USA gedreht hat, sind eigentlich top. So Rush Hour fand ich zum Beispiel noch übertrieben. Die Kampf-Szenen sind übertrieben und auch so die Dialoge. Ich meine hier der Film, den wir damals geguckt haben oder worüber wir uns früher immer kaputt gelacht haben. Ich meine Master of the Flying Guillotine oder sowas. Ja, absolut, so heißt er. Warte mal, Master. Der Charakter, über den wir ja eigentlich so am meisten gelacht haben, ist ja eigentlich nur Nebendarsteller. Das war Nebendarsteller, genau. Also Ende 70er-Film und ich fand, das war auch so die Periode, so die coolste mit diesen ganzen Stilen. Ja, voll. Also bei Jackie Chan fand ich zum Beispiel Rumble in the Bronx. Ja. Also eins der westlicheren Filme, ne? Absolut. Weil da die Choreo, die stimmt und ich weiß nicht. Also es ist nicht einfach so, jetzt holen wir uns so einen Kung-Fu-Fritzen, der da noch so ein bisschen die Story aufpappt. Genau. Man muss, bei Jackie Chan muss ja sagen, so ich meine, der hat das, was er da in dem Film zeigt, so mehr oder weniger mit der Muttermilch aufgelegt. Genau. Der Vater hat ihn, glaube ich, schon trainiert und dann hat er ja eine klassische Ausbildung da in der Peking-Oper. Also zwar in Hongkong, aber den Style quasi, was so Bühnen-Kung-Fu eigentlich auch ist. Die Ausbildung ist brutal. Also vor allen Dingen damals noch so. Jackie Chan, der hat ja auch bei Bruce Lee teilweise als Kompase mitgemacht, ne? Genau. Ich glaube, das war so mit seinen ersten Rollen ist auch Stunt-Double für Bruce Lee. Beziehungsweise nicht nur Stunt-Double, sondern Stunt-Man im Team, sagen wir mal so. Was krass ist, ist ja zum Beispiel Bruce Lee hat es ja irgendwo dann auch im Westen geschafft. Leider halt mit einem tragischen Schluss, ne? Ob der jetzt umgebracht wurde oder ob er jetzt an der Überdosis gestorben ist, das wissen wir alle gar nicht. Jackie Chan hat sich da dann auch nochmal so ein bisschen abgegrenzt, indem er halt Richtung Comedy auch mehr gegangen ist, ne? Ich glaube, Bruce Lee hat in allererster Linie, was ich da sehe, probiert, so diese Kunst zu transportieren. Also so den Kern von… Die Akzeptanz im Westen dafür, ne? Seine Kampfkunst zu zeigen ist ja so, auch man sagt ja so, ist so der, mit einer der Begründer von dem modernen MMA eigentlich. Weil er viele Dinge probiert hat schon zu mixen, neben dem Kung-Fu, man sagt ja so, er hat seine schnellen Beine und seine Schritte aus dem Tanzen, so ein bisschen. Der war ja Schüler von Ip Man. Genau, genau. Auch klasse Story, ne? Dann hat er voll viele verschiedene Philosophien eigentlich gemixt, so. Der ist ja, hat ja auch, soweit ich das weiß, unter anderem auch zum Bodybuilding trainiert. Hat ganz viele verschiedene Einflüsse so in seine Stile, hat Grappling gelernt, hat glaube ich sogar ein bisschen so Ringen und Judo in der Art, so ein bisschen westliches Boxen und dann hat er so das mit seiner Philosophie zusammen, so mit seinem Jet Kune Do. Jet Kune Do hieß sein Stil, ne? Genau, genau. Genau, genau. Tragisches Ende. Dann sein Sohn ja auch, Brandon Lee, der hat ja auch früh angefangen zu trainieren, also mit seinem Vater. Und der hatte so ein ähnliches Ende und es gibt ja halt auch Gerüchte, dass da irgendwo die chinesischen Triaden mit drinstecken. Genau. Weil er da wohl nicht genug abgegeben hat oder ich weiß nicht, was da genau lief, ne? Aber das ist halt alles wirklich tragisch, weil dieser Mensch ja auch irgendwo durch diesen Way of Life, durch seine Philosophie auch sehr viel Positives an sich auch gegeben hat. Nicht nur kampfsporttechnisch, sondern auch Lebensweisheiten, ne? Brandon Lee habe ich tatsächlich vor so drei, vier Jahren nochmal den The Crow, einer der besten Filme. Krass, ne? Der ist ja in dem Film auch gestorben während der Dreharbeiten. Und Bruce Lee während der Dreharbeiten von, ich glaube, Der Mann mit der eisernen Kralle. Oder Der Mann mit der Todeskralle. Aber ist der während der? Nee, das war noch einer danach, meine ich. Bist du sicher? Das war da, wo der diesen Turm hochgelaufen ist. Da weißt du, wo der sich von Etage zu Etage kämpfen musste, glaube ich. Also mein Lieblings-Bruce Lee-Film war der mit Chuck Norris. Na ja. Wo der den Pelz von der Brust abgerissen hat. Aber wenn du das siehst, wenn du das so als Kampfkünstler anguckst, wenn du die Szene mal anguckst, da siehst du, wie perfekt eigentlich so die Bewegungsabläufe von Bruce Lee geschult waren. Du siehst den Chuck Norris, der wirkt fast, und ich meine, der ist irgendwie zu dem Zeitpunkt sechs-, siebenfacher Karate-Weltmeister gewesen. Und ey, das, was der Bruce Lee da macht, ist einfach so fünf Level drüber. Aber so, ich sag jetzt nicht, dass das in einem Fight, dass das, wenn die tatsächlich eins zu eins aufeinander geprallt werden. Er weiß ja auch nicht, ne? Man weiß mal nie. Genau. Aber von der Art und Weise, die Interpretation, wie er sich da bewegt und so, die Bewegungsabläufe. Das war sauber, ne? Richtig sauber und geschmeidig, ne? Aber wie gesagt, so jemand, der dann halt auch Kampfsport-Erfahrung hat, wie du jetzt, der sieht das ja auch mit ganz anderen Augen, ne? Ja. Wie gesagt, der Pelz, die Katze. Ja, genau. Das Kolosseum. Ich weiß gar nicht, ob das echt war. Das sah für mich wie eine Leinwand aus. Ja, kann gut sein. Ja. Episch, diese Szene, oder? Einer der Besten. Und, ähm, also in Videospielen, da wird ja oft, äh, äh, Popkultur aus Filmen oder auch aus Musik immer reinterpretiert. Und es gab mal das Spiel Street Fighter Alpha. Da gab's diese gleiche, äh, Kulisse von dem Kolosseum in Rom, wo die halt gekämpft haben, Bruce Lee und Chuck Norris. Und was mir noch eingefallen ist, dieser Inder aus... Ja, Darst du, ne? Ja, Darst du ihm aus Street Fighter, 100%. Ja, ja, das glaub ich. Der hatte aber in dem Film, ich glaub, der hatte einfach so lange Ärmel und hatte dann lange Stöcke da drin und vorne so Fäuste dran geschraubt. Müsste man nochmal genau gucken, aber ich wette, 100%, man kann bestimmt sehen, äh, wie die das gemacht haben. 100%, aber weißt du so, das sind so diese Momente, wenn ich an dich denke, ne? Diese Szene, wo wir in der Jugendherberge oder irgendwo waren und uns so besickt haben über diese Szene mit dem Inder. Wisst ihr, Leute, wenn ihr mal so lachen müsst, dass ihr schon fast heult, euch in die Hose pisst, genau diese Situation war das. Absolut. Ne? Und dann fand ich das halt so umso krasser, äh, Jahre später, wo uns halt aus den Augen irgendwie verloren haben, dass ich dann erfahre, dass du dann halt wirklich Kung-Fu verfolgst. Ja. Und das fand ich richtig geil. Ja, voll. Ja, irgendwie, äh, das war tatsächlich sowas, was mich irgendwie immer so ein bisschen, ähm... Du hast Nägel mit Köpfen gemacht. Nägel mit Köpfen gemacht. Weißt du, wie ich meine? Wir haben damals scheiße gelabert, aber du hast es verfolgt. Ja, ist so. Dieses lange Arm-Ding, ich hab's immer noch nicht gecheckt, aber wenn ich das, äh, irgendwann mal drauf hab, so, dann komm ich auf jeden Fall noch mal auf. Wie du die Arme länger kriegst, ne? Ja, mit den Arme länger machen. Ja, aber das ist ja Yoga, ne? Da musst du nach Indien. Ja, das war's. Junger Padawan, da musst du einen anderen Weg einschlagen. Krasse Sache. Du bist ja in die Schweiz, wegen der Liebe, wegen dem Kung-Fu, oder was war der Grund, dass du in die Schweiz gezogen bist? Ne, war meine Frau. Du hast sie dort kennengelernt, oder wie ist das zustande gekommen? Ne, ähm, wenn man ein bisschen ausholt, ich hab ja beim Bayer gearbeitet, hier in Leverkusen, die haben quasi unsere Abteilung geschlossen und haben die nach Berlin transferiert. Ja. Und ich hab damals so, also die Megakurzversion, ne Chance gesehen für mich, ähm, mit nach Berlin zu gehen, weil in Berlin eine Kung-Fu-Akademie war, einer der ersten in Deutschland. Aber ganz kurz, das heißt, du hast wann angefangen mit Kung-Fu? Mit 26. Okay, aber schon spät. Mega spät. Wann würdest du jemandem empfehlen, damit anzufangen? So früh wie möglich, ne? So früh wie möglich. Wenn du Bock drauf hast, ist es aber nie zu spät, meiner Meinung nach. Ist es auch nie zu spät, okay. Würde ich sagen. Gut, mit 26 hast du angefangen und bist dann, hast quasi die Chance genutzt, nach Berlin mitzugehen mit der Arbeit, weil es dort eine Chance gibt, äh, besseres Kung-Fu zu lernen. Genau. Okay. Absolut. In Berlin ist der Ismet, das ist mein, äh, mein Lehrer. Schöne Grüße. Peace Ismet. Äh, der hat, ähm, seit Kindesbeinen an auch alle möglichen Kampfkünste trainiert, so. Ja. Und ist dann, ich weiß gar nicht mehr genau, irgendwann 2000 rum ist der, äh, nach China gegangen und war da fünf Jahre und hat sich da, äh, ausbilden lassen und ist dann irgendwann mit seiner Frau zusammen zurückgekommen und hat dann in Berlin eigentlich so die erste große Akademie aufgebaut, so. Wo einfach so ein Ort so für Freaks, eigentlich so ein bisschen. Wieso Freaks? Was ist der Unterschied zu anderen? Warum Freaks? Weil du ... Ich mein, nach China zu fliegen und sich, und das sich anzueignen ist ja schon ein bisschen freakisch für viele, ne? Ja, voll. Ja, aber für mich wäre das jetzt so, äh, der Way to go. Ja. Zur Quelle, oder? Ja, voll, absolut. Aber erst mal, ähm, würde ich jetzt sagen, der Ismet war lange an der Quelle, so. Mhm. Und, ähm, ähm, für mich immer noch nach, ich bin jetzt schon seit elf Jahren, zwölf Jahren oder seit 2009, ja, bin ich bei ihm eigentlich so, äh, nach all den Jahren habe ich immer noch keinen anderen getroffen, der so viele Aspekte von der Kampfkunst, von der Philosophie, von dem allgemeinen Verständnis und auch von der Praxis, also von dem, was er kann, miteinander verbindet. Also der hat, ist eigentlich für mich so das komplette Paket, äh, was, was einen Kampfkünstler angeht. Jetzt nicht vielleicht unbedingt einen Kampfsportler, der im Ring steht, so, äh, was weiß ich, jetzt so ein MMA-Champion oder sowas, der ist übertrieben schnell, der kann, äh, fighten, der kann mit jeglichen erdenklichen Waffen umgehen, ähm, ein großer Teil von dem, was wir machen, sind so grundsätzliche Bewegungsformen und sowas. Das kenne ich keinen, für mich persönlich, bei dem das, äh, der mich ansatzweise so fasziniert in den Bewegungen selber wie er und der spricht Deutsch und der spricht Englisch und der spricht Chinesisch und der spricht Türkisch. Also im Endeffekt hat er ein riesen Repertoire an, ähm, an Möglichkeiten, das so zu, ähm, an Fähigkeiten, ne? Und auch eben die zu, ähm, zu transportieren. Also weißt du, was ich meine? Es ist so, ich bin das erste Mal in 2007 nach Wudang gefahren und war eben bei einem chinesischen Lehrer mit einem guten Kumpel, mit einem Kaya hier aus, aus Hellerhof, so. Und dann war das so, wir sind da hingefahren und wir haben eben auf dem Weg dahin in der Bahn, hat der seinen Pass liegen lassen. Du fährst von Peking aus, äh, nach Wudang, das ist so ein Gebirge, wo die Kampfkunst, die wir machen, eigentlich herkommt. Sind das auch so die Shaolin-Klöster? Das ist genau, möchte ich jetzt nicht sagen der Gegenspieler, weil das wird's nicht, ähm, aber das sind so die zwei großen traditionellen Künste, eigentlich ist das Shaolin und das Wudang. Okay. Das sind beides Mönche, eng verwoben mit dem Mönchstum, so ein bisschen, aber die, äh, Shaolin, sagt man, ist so ein bisschen das Äußere und Wudang ist ein bisschen das Innere Kung-Fu. Und Shaolin ist mit dem Shen-Buddhismus verknüpft und in Wudang hast du den Daoismus. Und der Daoismus und, ähm, Buddhismus sind beides große Volksreligionen, so ein bisschen, ähm, und die werden dann vor allen Dingen an diesen beiden Orten, werden die stark gelebt und geprägt und die Kampfkunst ist sehr stark mit diesen Religionen oder Weltanschauungen, ähm, verbunden oder verwoben. Also das heißt, wenn ich jetzt mich interessiere für Kung-Fu oder für diesen Way of Life, äh, wo, wo unterscheiden sich denn grundsätzlich diese zwei voneinander, dass ich sage, das ist eher was für mich oder das? Wenn man sich die Formen anschaut, ist es, das Shaolin wirkt härter und wirkt explosiver, du hast mehr Sprünge, mehr Kicks. Mehr Action. Ein bisschen mehr Action, genau. Genau. Und das Wudang wirkt am Anfang eher weicher. So der bekannteste Stil, der, wo man, von dem man sagt, dass er in Wudang entwickelt worden ist, auch da scheiden sich so ein bisschen die, äh, die Geister. Ich will da auch nicht, äh, selber, äh, mich zu hart positionieren, so. Nee, nee, nee. Kann man was Falsches sagen? Du gibst ja nur deinen Standpunkt wieder. Genau. Aber es wird gesagt, dass der, der, der Ursprung vom Tai-Chi, zum Beispiel das, was du hier so ein bisschen aus dem, oder in China aus dem Park kennst und so, was eigentlich hier so Ü50, äh, so oft praktiziert wird, ist da, ähm, wird da richtig als, als, ähm, Meditation und Kampfkunstweg auch praktiziert. Und das ist so einer von den großen Stilen, die zum Beispiel aus, äh, Wudang kommt. Das ist eher weich. Die einen sind offensiver, die anderen defensiver. Also ich würde das nicht so, weil du kannst es nicht. Das wäre zu allumfassend gesagt. Ja, genau, genau. Vielleicht, wenn man es am Anfang anschaut, könnte man das so ein bisschen, es wirkt vielleicht so, weil Schaolin vor allen Dingen in den ersten Formen recht nach vorne geht auch. Ja. Und das Wudang eher wirklich ganz, also weich ist so ganz viel harmonisch, aber unterm Strich, äh, die guten Leute aus Schaolin, die haben genauso das Meditative, die haben genauso das Weiche drin und die, ähm, Wudang-Leute haben auch, die haben auch ihre Art von, von Boxen und... Das heißt, Schaolin und Wudang sind eigentlich auch nach den Orten benannt. Ja, absolut. Okay. Genau. Das heißt, es sind Traditionen von diesen Ortschaften. Genau. Wudang ist zum Beispiel ein Gebirge, wo sich traditionell schon seit, äh, Hunderten von Jahren, äh, Leute und Kampfkünstler hingehen, die sich da, ähm, kultivieren. Also da geht es viel um Stufen, die die probieren, als Mensch zu erreichen. Also Kultivierung ist ja so, die, ähm, das Vorankommen auf einer anderen Ebene, sag ich mal so ein bisschen. So eine Persönlichkeitsentwicklung. Persönlichkeitsentwicklung, hier im Westen würde man vielleicht sagen, es geht Richtung Erleuchtung, vielleicht so. So ein bisschen auch wie im Buddhismus, ne? Absolut, genau. Genau, und da hast du wieder, der Kern ist eigentlich relativ ähnlich, ist so ein bisschen vielleicht eine andere Herangehensweise, aber unterm Strich ist es, äh, ganz, ganz, äh, sehr, sehr nah. Wir kommen gleich nochmal zu der Story mit dem Kaya in der Bahn. Wie kommt deiner Meinung nach der Übergang von der spirituellen Weiterentwicklung des Selbst, ne, oder des Egos oder das Ablegen des Egos wahrscheinlich im Endeffekt, äh, wie kommt man da zu dem Kampfsport oder beziehungsweise wie kommen die Moves von dem Weichen, dem Meditativen, dann der Übergang zu dem Kämpferischen? Also erstmal war ich nicht dabei, das muss man ganz klar sagen. Aber glaubst du, das ist eine notgedrungene Sache, weil man dann angegriffen wurde und dann daraus dann halt ... Ich denke, das ist ein, äh, recht großer Teil von dem Ganzen. Ja. Ich denke aber auch, dass viele Dinge sich aus Tools entwickeln, die man mitbringt. Zum Beispiel in Wudang, es ist halt so gewesen, ähm, dass zum Beispiel der Typ, der das Taiji, äh, entwickelt hat, so, diese Meditation in Bewegung eigentlich, ist ein ausgebildeter Kampfkünstler gewesen, so. Der ist nach, ähm, man sagt, der ist in Shaolin ausgebildet worden, ist nach Wudang gegangen, um sich zu vervollkommen und zu verfeinern, so. Oh, shit. Ja. Nee, 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 das ist, also, das ist so, Wudang ist ein Gebirge gewesen, wo ganz viele Leute so die erläutern, man sagt, es ist einer der heiligen Berge in China, so. Ja, so ein Pilgerort. Ein Pilgerort, genau, genau, ganz, übertrieben schön, mega viele Tempel und so weiter. Und man sagt, der ist, ähm, ist da hingegangen, um, ähm, um sich zu kultivieren, so, und es hat ein recht hohes Level selber erreicht an Kultivierung und hat irgendwann Schüler gehabt, so. Und die Schüler von ihm haben in der, in der sitzenden Meditation sehr hohe Level, äh, erreicht, so. Man sagt, die haben Tage ohne Wasser und Essen sitzen können und meditieren können, aber, ähm, in dem Moment, wo sie die Meditationspraxis unterbrochen haben und in den Alltag, äh, übergegangen sind. Oder übergehen mussten, ja. Übergehen mussten, genau, du musst ja selbst als Mönch, irgendwann musst du essen, du wirst ein Mönch in einem Kloster leben, wo bestimmte Dinge gemacht werden müssen. Und dann musst du auch dein Geschäft verrichten. Zum Beispiel, zum Beispiel, genau. Und da hat man, hat man gesagt, sobald die quasi raus aus, aus, aus diesem Sitzen waren, haben die das wie verloren. So, und das Ziel aber war es oder ist es, dass du das in deinen Alltag transportieren kannst. Und jetzt ist dieser Typ, John San Fang heißt er, der diese Art von, äh, Kultivierungsweg ersonnen hat, ähm, ist dann hingegangen und hat gesagt, sowas kann ich machen, um die Jungs, äh, vom Sitzen, äh, dass die das vom Sitzen in den, in ihren, in ihren, Alltag, äh, transportieren können. Und dann, da sagt man, daraus ist, das ist aus dem Sitzenden, ist die stehende Meditation, das nennt man bei uns das Qigong und Säulenstehen. Und aus dem Säulenstehen ist das dann in die Bewegung übergegangen. Dann hat er probiert, diesen Zustand und diese Art von Körperstruktur und Haltung ins, äh, in die, in die Bewegung zu transportieren. Und ein Mittel, was er hatte, wo er drin perfekt ausgebildet war, ist eben die Kampfkunst gewesen, so. Und deshalb kann ich mir vorstellen, dass er dieses Tool genommen hat, in dem er schon eine Meisterschaft hatte, was er vielleicht in- und auswendig kannte. Und hat diese Prinzipien eben von dem, von dieser Harmonie von Yin und Yang, ne, das ist das Tai-Chi-Symbol, wenn du das siehst, so diese Harmonie davon. Also schwarz und weiß. Genau, wenn die zusammenkommen, spricht man vom höchsten Pol oder der höchsten Harmonie, so. Und das Prinzip, um diese Harmonie rum, daraus hat er diese Kampfkunst gewoben oder entwickelt. Und das, ähm, sagt man, ist eben, das Tai-Chi-Chen, bedeutet Faust. Also Tai-Chi ist das Prinzip, quasi das Prinzip der höchsten Faust oder das Prinzip des höchsten Pols. Aber Faust ist ja schon was Kämpferisches. Genau, genau. Also das ist jetzt nicht die Faust, um die Suppe zu rühren. Genau. Das ist eben dieser Aspekt von der, von der Kampfkunst, der da reinkommt. Also die Schaolin-Anhänger würden jetzt sagen, er kam aus Schaolin, also waren wir die Ersten. Könnte sein. Ne, aber das, darum geht's ja auch im Endeffekt gar nicht, ne? Meiner Meinung nach nicht. Gibt's da so, äh, ja, doch? So wie, so wie, so wie Schalke und Borussia oder was? Vielleicht, so in der Art. Aber es ist nicht, dass die, also ich glaub, die, 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 die Leute, die es gecheckt haben aus beiden Lagern, äh, ich glaub, die kommen wahrscheinlich nicht recht gut miteinander zurecht. Die profitieren dann voneinander, ne? Die lernen von einander. Ja, genau, es gibt einen Austausch so. Genau. Wodang ist zum Beispiel, ähm, soweit ich das verstanden hab, früher immer ein Ort von einem Austausch gewesen. Deshalb, da sind halt eben Leute aus verschiedenen, sind, Generäle sind da hingekommen. Leute, die mit dem Schwert was machen konnten. Stock, verschiedenste Kampfkünstler und auch aus anderen Bereichen, äh, Maler, also Kalligrafie und so weiter und so fort, so. Die sind da, und das war ein Sammelsorium von Wissen, also ein Ort, wo Wissen ausgetauscht worden ist. Also jeder, der neu gekommen ist und irgendwas mitgebracht hat, hat das Ganze bereichert. Absolut, genau. Und heutzutage ist es leider, äh, so vor allen Dingen im Zeitalter der Internet-Trolls, so ein bisschen, vor allen Dingen so in Europa und Amerika, jeder geht irgendwo hin, lernt was so, denkt, er hätte die goldene Kuh gefunden. Cobra Kai. Cobra Kai-Style, so, und fühlt sich absolut bedroht, wenn einer daherkommt und ein bisschen was anderes erzählt oder ein anderes Wissen hat und so. Und deshalb gibt's untereinander voll viel so Beef. Unnötig. Also meiner Meinung nach, absolut. Es gibt, ja, aber wie gesagt, ich bin auch nicht so tief in der Materie drin, so in der Theorie von dem Ganzen. Aber die, diese Leute, die, ähm, die zielen ja am, oder beziehungsweise die, die verfehlen ja das Ziel, weil das Ziel ist ja, dich selbst zu verbessern und nicht jetzt irgendwie besser dazustehen als jemand anders, sondern du sollst ja besser dastehen als dein altes Ich. Kann man, kann man so sagen. Zu wenig Bruce Lee-Filme geguckt, Leute. Ja, vor allen Dingen, das, absolut. Äh, vor allen Dingen, ich hab das Gefühl, dass sich so viele Leute da drin einfach wie verstricken, weißt du, so, du verstrickst dich so sehr in diesem äußeren Battle, so, weil du das Gefühl hast, so, der will dir was nehmen und der will dir das sehen, äh, nehmen. Und ich sag immer, ja, also, von meiner Seite aus, wenn man ein bisschen mehr trainieren würde selber. Auch an sich, ne, an seiner Psyche auch, ne? An sich und, mit sich und, äh, nicht so viel im Internet rumhängen würde und so, äh. Ja, aber das ist schwer, das ist nicht leicht. Guck mal, heutzutage, äh, sag jemand mal, hier, meinen Kindern, sag, ich versuch denen mal zu sagen, sitz dich mal alleine hin und denk mal an nichts. Versuch mal ein bisschen zu meditieren, die zeigen dir einen Vogel. Ja, klar. Ja gut, es ist auch nicht leicht für Kinder, muss man sagen. Ja, aber weißt du so, du bist ja heutzutage so zugespampt von allem Möglichen. Das ist so. Allein dein Handy, dann guckst du 150 Mal drauf und so, ne? Ja, normal. Durchhaltevermögen von der Aufmerksamkeit ist sehr kurz und du bist auch, du suchst immer diesen Endorphin-Kick überall, weißt du, durch irgendwelche Effekte, irgendwelche Lichter, irgendwelche Messages habe ich jetzt wieder bekommen. Und das ist ja im Grunde das Gegenteil, du lässt komplett los, du versuchst einfach leer zu sein, ne? Guck mal, das ist, ich glaube, voll viel liegt daran, dass viele Sachen so schnell sind, so wahnsinnig schnell heutzutage so. Voll krass, wir haben, ähm, also Sachi und ich, meine Frau und ich, wir haben, ähm, jetzt so vor ein paar Wochen, ähm, nachdem man, äh, unsere jüngste Tochter dann auch mal so im Bett so mal ein paar Stunden geschlafen hat, haben wir mal angefangen Filme zu gucken abends wieder, wenn wir Zeit haben, so eine halbe Stunde, so, weißt du, immer mit Unterbrechung. Ähm, und dann haben wir, äh, angefangen mit dem, äh, Daniel Gregg, mit dem James Bond, so, ne? Und dann, äh, haben wir die geguckt, so, war so, war, die sind halt, die sind schon cool. Dann haben wir gesagt, so, weißt du was, komm, wir ziehen uns mal die Alten rein, so. Und dann haben wir tatsächlich vom letzten, sind wir, genau, dann sind wir so auf die ersten zwei, drei, ähm, und das Tempo in den Filmen. Ja. Ey, das kannst du heute gar nicht mehr machen, so, da laufen die Leute aus dem Kino, so, ne? Das kannst du nicht mehr bringen, ja. Aber das ist so entspannend, du sitzt und so, ey, die Kampf, ey, der, der, ähm, Dr. No, Dr. No, ist das Dr. No? Ey, der Endfight geht so zwei Minuten. Ja. Weißt du, was ich meine, so, die treffen aufeinander, so, der schlägt den, der schlägt den, die Fallen runter, der hält, äh, äh, nee, ist der mit den goldenen Fingern, so, weißt du, ist das Dr. No? Nee, ist der, Dr. No ist der mit der Karpze, ne? Ist das Goldfinger? Goldfinger. Ja, genau. Und dann rutscht da diese Stange runter, fertig, so, und denkst, hä, so, nichts ist explodiert, äh, so, ist keiner irgendwie so, papp, papp, zehn Winkel in einer Sekunde, so. Aber ich find, das, das tut auch gut, ne? Das ist halt, wenn du, wenn du jetzt so, sag ich mal, von Daniel Craig auf Sean Connery oder, 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 John Moore war das, glaub ich, in dem Film, ne? Nee, äh, Sean Connery. Sean Connery, dann halt switchst, direkt im ersten Augenblick, die erste halbe Stunde wird schwierig. Ja, genau. Ne, da ist erst mal, boah, scheiße, komm. Wenn du dann in diesen Modus reinkommst. Absolut. Dann entspannt das. Absolut. Weißt du, und ich sag dir ganz ehrlich, so, die heutigen Filme, ähm, seltenst hört mich da einer wirklich an, so, dass der so ein bisschen eine tiefere Story hat oder so. Geiler Film, hat zwar nichts mit Kämpfen zu tun, Interstellar. Hab ich gesehen. Das war halt, wie gesagt, ein moderner Film. Aber der ist auch nicht so schnell. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, genau, und bei mir war zum Beispiel, ich hab dann so, äh, man muss ja so ein bisschen vertreten sein auf Social Media, zumindest ein bisschen so. Und, ähm, ich war dann auf, äh, hab dann so Instagram gehabt, eine Zeit lang. Hey, irgendwann hab ich so gemerkt, hey, so, ich hab, äh, in einem halben Jahr so zweimal was gepostet, aber, äh, hab dann so eine halbe Stunde am Stück, so, bis ich Daumenkrämpfe hatte, äh, gescrollt, so. Und dann hab ich irgendwann gesagt, so, ey, Junge, was machst du eigentlich da, so, du bist Familienvater, äh, du könntest eigentlich auch trainieren in der Zeit, so, wenn du schon Zeit hast, oder mal die Wohnung aufräumen, wäre auch nicht schlecht oder so. Und ich hab mich einfach wieder abgemeldet, so. Ich bin noch auf Facebook, aber wer weiß, wie lange da noch, so, aber, ey, für mich ist so. Guck mal, wenn du das als Business betrachtest, jetzt auch für deine Schule, da kommen wir gleich nochmal zu, dann, äh, ist es gut. Und dann kannst du dir halt einfach einen Zeitplan setzen, dann musst du einfach privat von Business trennen. Absolut. Ne? Absolut. Dann ist es in Ordnung. Aber, du musst auch ein bisschen der Typ dafür sein, so, also, du musst eigentlich dranbleiben, also, wenn du jetzt so einen Facebook-Algorithmus füttern willst, oder so, oder Google, oder was auch immer, die wollen ja Content von dir haben, so, eigentlich so, ne, die, so kriegst ja dann auch alle drei Wochen mal so einen, ey, du hast schon, äh, seit zwei Wochen nichts mehr gepostet, oder so. Ja, ja, ja. Am liebsten noch, äh, bezahlt, sollst du das machen. Genau, genau, genau. Und das ist so ein bisschen so, ähm, ja, ich komm nicht so richtig hinterher, mit dem, das zu machen, so, weil es mich nicht so wahnsinnig interessiert. Aber, aber ich glaub ... Und dann frag ich mich unterm Strich, ob sich das wirklich für mich lohnt, so, weil, im Endeffekt, von den Leuten, die bei mir an der Schule sind, kann ich mich nicht dran erinnern, dass jemals einer zu mir gekommen ist und gesagt hat, so, ey, ich hab dich auf Facebook gesehen, voll krass. Mhm. Oder Instagram. Sondern das sind Leute, die sind entweder über die Homepage gestolpert oder tatsächlich, wie, äh, zu James-Bond-Zeiten von Dr. No, ist das empfohlen worden, so, ne. Ja. Ey, ich hab gehört, ihr macht super Training mit den Kids. Ja. Äh, hier sind Nummer drei, so nach dem Motto. Und so ist das so ein bisschen passiert. Also, so läuft unsere Schule zum Beispiel, so, wir sind jetzt nicht die, äh, größte und erfolgreichste Schule der Welt, so, aber so funktioniert das für uns und so funktioniert das auch gut für mich und meine Frau. Wow, wir sind so ein bisschen, mir ist das so ein bisschen zu viel, weißt du, so, dieses Ganze, ja. Aber ich muss auch sagen, guck mal, äh, heutzutage, klar, gibt's auch Schulen oder gibt's auch Businesses, die dann halt, äh, total die Marketing, äh, Maschine am Rollen haben. Aber letzten Endes weißt du ja als Kunde, wenn du denn wirklich einen Durchblick hast, ja, überhaupt gar nicht, ob Anbieter A oder B besser ist, allein durch die Feedbacks, weil die ja auch teilweise gekauft werden. Genau. Ja, und, äh, und, äh, da wird einfach nur mehr Aufmerksamkeit gemacht und letzten Endes ist, musst du es selber testen, was besser ist. Ist so, da muss man sich halt überlegen, was man, also, was will man, so. Was die Priorität ist, ne? Was ist die Priorität, genau, so, ich, wir haben bei uns in den Stadtschulen, so, die sind viel dran und machen, übertrieben viel Werbung im Internet, so, von denen krieg ich immer Werbung, ob ich da nicht zum Probetraining will und bap, 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 bap. Aber, wenn ich mir das angucke, ähm, was die da machen, so, dann würde ich sagen, okay, müssten wir uns jetzt nicht hinter verstecken, so, aber die kreieren extrem viel Aufmerksamkeit, so, und haben dementsprechend auch riesige Schulen. Aber, für mich ist immer die Frage, so, was will ich an meiner, an meiner Schule und mit meinen Leuten, so. Und welche Leute willst du auch? Und welche Leute. Die Frage ist, welche Leute ziehst du an durch diese Werbung, ne? Genau, was für Leute ziehe ich an und so, wie viel, wie viel bin ich bereit auch, dann in diese Schule reinzustecken, von, 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 von mir aus und kann ich mal diesen Ansprüchen, die ich in den, in den Videos verkaufe, auch an der Schule, dann hinterher auch gerecht werden und so weiter und so fort. Und für mich und also auch vor allen Dingen für meine Frau auch, für uns ist beide so, ähm, wir haben einen super Kern jetzt an Leuten, es dürfte durchaus so, äh, sich, das dürfte noch mehr werden, es dürften so, was weiß ich, nochmal bei den Erwachsenen. Wie viele Schüler habt ihr? Bei den Kindern sind es jetzt 35 oder so, äh, auf drei Klassen verteilt, so. Aber lass uns das doch gleich nochmal erzählen. Ja, also. Spulen nochmal kurz zurück. Auf wohin, wo waren wir? Wir spulen jetzt nochmal zurück, ähm, zu, äh, der Zugfahrt, wo dein Kollege den Pass, äh, verloren hat. Also. Um zu verstehen, auch wie du dazu überhaupt gekommen bist und wie das Ganze entstanden ist. Zum Glück hältst du den Faden, genau. Also, pass auf, 2007, ich hab um, ähm, ungefähr zwei, sechs oder so zwei, fünf, zwei, sechs, hab ich angefangen mit Kung-Fu. Mhm. Hier in Hellerhof im Wald mit einem Kumpel. Das ist so der beste Freund von meinem Bruder. In Hellerhof im Wald. Ja, genau. Also, prinzipiell ist es der beste Kumpel von meinem Bruder. Ja. Und, ähm, die haben zusammen Kung-Fu trainiert an einer Kung-Fu-Schule in Hilden. Mein Bruder und er. So, ich hab ja immer Fußball gespielt. Und, ähm, ich kannte den halt so vom, so ein bisschen vom Sehen. Und dann auf der, äh, auf einer Party, wo mein Bruder, äh, nach Australien gegangen ist für ein Jahr, hab ich mich mal ein bisschen näher mit dem, äh, auseinandergesetzt, gequatscht, so, zwischen zwei Bier. Und, ähm, dann hat der mir so erzählt, was er macht eigentlich, so, was hat mich ja interessiert, so mit dem Kung-Fu und so. Ein bisschen gefragt und dann, äh, kam er so zum Thema Stretching auch und so. Und dann hab ich ihm halt gezeigt, wie beweglich ich bin, so, dass ich irgendwie mit den Händen gerade zu meinen Knie, äh, zu meinen Knien runterkomme, wenn ich mich nach unten beuge, so richtig steif, so. Mhm. Und dann meinte er so, ja, Katastrophe. Ja. Obwohl du sportlich warst. Ja, aber ich hab ja nur Fußball gespielt, so. Ich mein, Fußball in Baumberg, so. Also, ich mein, wenn du jetzt nicht gerade in der ersten Mannschaft spielst, so, spielt sich das so zwischen Theke und, äh, Fußballplatz. Ich glaub, mittlerweile sind die ein bisschen besser, ne? Die ersten, ja, 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 wahrscheinlich, so. Aber ich hab auch keine Ahnung. Ich will auch keinem was bewusst. Nein, nein. Aber unsere, also ich hab in der dritten Mannschaft gespielt, in der untersten Liga, in der man spielen kann, so hinterher. Also in der Jugend nicht, aber in der, äh, hinterher, äh, bei den, äh, bei den Herren schon. Und das war schon, das kannst du nicht als Sport bezeichnen, so, was wir da gemacht haben. Das war Hobby, so. Ja, in der Halbzeit ein Bier oder so und dann, ja, weil so eine Art, ey, richtig Katastrophe. Okay. Es war lustig, die Leute, die da waren, waren alle Hammer. Um Gott zu Willen, nix Falsches, so. Das war die, mit einer der lustigsten Zeiten, so, die ich gemacht hab. Aber vom sportlichen Faktor und vor allen Dingen von Trainern, von der Ausbildung der Trainer her. Die, die Trainer waren auch alle super coole Menschen, aber die waren nie auf Trainerlehrgängen oder so. Weißt du, so, okay, macht mal mit den Jungs das und das und das, so. Stretchen war bei uns so, da hieß es, okay, stretcht euch mal, so. Dann hast du dich so ein bisschen hin und her, die Hüfte so dreimal in jede Richtung gedreht und hast gedacht, du hast dich gestretched, so. Wenig ambitioniert. Ja, wenig bis gar nicht. Okay. Ja, und dann? Auf jeden Fall haben wir dann einfach mal so fürs Training abgemacht. Mit der Komma vorbei und so. Und dann bin ich zu dem gefahren und dann sind wir so in den Wald gelaufen, haben uns eine Runde warm gelaufen und dann haben wir uns gestretched, so. Und dann hab ich gesagt, ey, was ist denn jetzt so mit Kicken und Schlagen und so und so ein bisschen so, wow. Arme lang machen. Arme lang machen. Und dann meinte er so, wir machen erst mal stretchen und dann schauen wir mal weiter. Und dann haben wir uns so eine Dreiviertelstunde gestretched. So an so einem Brückengeländer so mit Fuß ranziehen und Spagat und zumindest mal das Stretchen und so. Und dann nach der letzten Dehnung konnte ich irgendwie fast nicht mehr laufen. Ich bin gelaufen, als hätte mir einer die Bänder in den Knien rausgenommen, so. Das war so, weißt du, so wabbelig. Und am nächsten Tag konnte ich mich kaum noch bewegen. Ich hatte den übertriebensten Muskelkater, nur vom Stretchen. Aus irgendeinem Grund hat mich das irgendwie so angezeckt. Das hat sich geil gemacht. Ja, absolut. Auf eine Art, ja. Und dann hab ich gedacht, boah, ey, was war denn das, ey? Da will ich mehr von, so. Und dann hab ich angefangen, mich mit dem regelmäßig zu treffen. Und so, dass wir hinterher so, was weiß ich, viermal die Woche uns getroffen haben. Dann da durch den Wald gepest sind und gekickt und gestretched haben. Und gedacht haben, so, wir sind Hammer, wir machen alles platt, so. So wie in den alten Filmen. Genau. Alter Mann. Ich hab gedacht, ich wär voll der Ninja. Und dann, genau, und dann hab ich in der Ausbildung so noch einen Kollegen gehabt, der richtig guter Kickboxer, Muay Thai-Typ war. So, dann war ich da mal mit beim Training. Und dann hab ich da gemerkt, so, okay, fehlt eigentlich noch ein bisschen. So, als mir das erste Mal so einer auf die Nase gehauen hat, hab ich gedacht, oh, was ist das? Es gibt also scheinbar noch andere Sachen, außer dem, was wir machen. Dann bin ich da so ab und zu mal zum Kickboxen mitgegangen. Und dann hat mich dieses China-Ding nie losgelassen. Und dann hat er halt immer wieder erzählt, der Kaya, der war schon mit 15 das erste Mal in Shaolin. Und hat dann so erzählt, wie krass das da war. Und dass er dann von Shaolin eben nochmal nach Wudang gegangen ist. Und sich das da angeguckt, dass es mega schön war. Und dass er seinem Kollegen, der auch trainiert hat, das empfohlen hat. Und der Kollege ist dann irgendwie ein paar Jahre schon da gewesen. Der hat dann hier viel abgebrochen und hat dann da trainiert. Und dann haben wir halt gesagt, ey, wir müssen da irgendwie hin. Und ich hab ja gearbeitet und der ist Student gewesen. Der Kaya zu der Zeit noch so. Und hat halt nicht so viel Geld. Und dann haben wir so wie bei mir zu Hause so eine Sparbüchse hingestellt. Und dann haben wir die immer gefüttert. Immer wenn einer Geld übrig hat, hat er das da in diese ... Und dann haben wir ja davon dann seine Tickets gekauft hinterher so. Und dann sind wir nach China. Ja, und das war wirklich von nichts eine Ahnung. Ja, aber wo seid ihr dann hin? Nach Wudang. Der wusste schon, wohin. Der wusste, wohin, genau. Nach Wudang. Sind wir dann zu seinem Lehrer, wo er dann auch schon mal war. Ja. Zu seinem Meister so. Und dann sind wir dann losgefahren. Und wir beide sind so, zusammen sind wir echt so ein Chaos-Team. Es kommt viel Gutes dabei rum. Aber manchmal sind wir einfach mega vercheckt, wenn wir zusammen sind. Und wir hatten so wie so eine Hit-Bags da an. So, aber ganz dünne. So, weißt du, so Reise-Bags. Ja. So, wie du so an den Körper machen konntest. So, weißt du. Und da hatten wir alles drin. Die ganze Kohle und die Pässe. So, jeder eins. Weißt du, so. Dann fährst du mit dem Zug von Peking nach Wudang. Das dauert 20 Stunden. Mal so eben. Mal so eben. Zuckerst du dann so bis Zentrum China so ein bisschen. Nicht ganz, aber so ein bisschen rein dann halt. Schon krass, wie sich das auch verändert, ne? Ey, das ist gigantisch, das Land, Mann. Ja. So, hier bis in 20 Stunden. Heftig, das kann man sich gar nicht vorstellen, ne? Dann haben wir so ein Schlafabteil da gehabt, so. Und dann haben wir da die ganze Zeit und wir konnten beide nicht aufs Klo. So, weißt du, du bist so ein westliches Klo gewohnt erst mal. Also, er war ja schon mal in China, für ihn war es nicht ganz so schlimm. Aber du bist ja hier westliche Klos gewohnt. Und da hast du ja so in dem Zug. So ein Plumpsklo. Ja. So ein Loch. So ein Loch, so. Ja. Und dann waren da eben schon so 400 Chinesen vorher drauf, so. Und so sieht es dann aus. Sieht aus, als wärst du, müsstest du so. Mit Stöckelschuhen da rein am besten, ne? Am besten müsstest du dann schon fliegen können. Ja. Genau, und dann, ich da rein so, boah, ich sag, ich auf keinen Fall hier aufs Klo. So, wenn von der Tür pinkeln, so bist du direkt ins Ding rein und so. Ja, ja. So ungefähr. Und dann, ähm. Aber kannst du ja auch nicht so voll der asoziale Ausländer sein, ne? Es ist nicht viel unasozialer da, so. Okay. Zum Teil. Zum Teil, so. Haben wir jetzt auch nicht gemacht, aber so von der Idee her, weißt du, vom Gefühl her, würdest du eigentlich gar nichts berühren wollen, so. Und ich bin wirklich, ich bin gar nicht heikel, so. Aber das war schon krass, so. Wie auch immer. Auf jeden Fall, dann sind wir gefahren, dann hatten wir nur noch so drei Stunden bis Wudang. Und der hat gesagt, ich kann nicht mehr und so, ey, ich muss aufs Klo. Und dann hat der seinen Beutel abgenommen, hat mir den, also es war wirklich eine Co-Aktion von uns beiden, so, hat mir seinen Geldbeutel genommen, so. Aber ich saß draußen im Gang, nicht bei uns im Abteil und hatte keinen Bock, diesen Beutel die ganze Zeit zu halten, während der auf dem Klo war. Ja. Habe gesagt, so, ey, guck mal, ich leg den unter das Bett, also so Bettdecke hoch, drunter, Bettdecke drüber. Und du standst aber vor der Tür, Wache. Ich stand vor der Tür, da ist keiner reingekommen. Ja, okay. Genau. Ich habe draußen im Gang gesessen, aus dem Fenster geguckt, so ein bisschen die Landschaft angeguckt, gelesen und dann, auf jeden Fall, der kommt vom Klo wieder und wir so, ey, wir sind gleich da, bla bla bla, voll aufgeregt, Sachen geparkt, so aus dem Zug ausgestiegen. Im Taxi, so zu dieser Schule gefahren, ist so ein kleines Tuk-Tuk gewesen, weißt du, so einer vorne so, wo du während der Fahrt auf die Straße gucken konntest, weil alles unten ein Lochfraß hatte, weißt du, so. Kennst du diese Tuk-Tuk? Ja, ja. So wie in Indien, ne? So wie in Indien und wie in Thailand und so zum Teil, aber so richtig schäbig, so. Also nicht schäbig, aber so, war halt alles kaputt. Ja, ja, runtergekommen. Ja, richtig hoch und ist halt noch recht arm, so. Und wir so, kurz vor der Schule, meinte ich so zu dem, ey, Kaya, kannst du zahlen? Und er so, packt so an seinen Bauch und so, guckt mich an, meint der, ey, sag mir, dass du diesen Geldbeutel mitgenommen hast. Und ich so, fuck, nein. Ach du Scheiße. Und der so, scheiße. Und ey, Mann, Alter, ey, da waren bestimmt 800 Euro drin in dem Ding und der Pass. Ja, und dann? Dann sind wir da zum Meister in die Schule. Also ihr seid nicht zurückgefahren oder so? Nee, nee. Weil der Zug ist ja wahrscheinlich schon weitergefahren. Guck mal, da spricht kein Mensch Englisch. Ja. Der Kaya kann so ein bisschen Chinesisch, so. Mhm. Aber da spricht kein Mensch Englisch. Dann sind wir da zu dem, volle Panik, zu diesem Meister, der spricht auch kein Englisch. Dann hat er da so radebrechend auf Chinesisch probiert zu erklären, so, was genau passiert ist und dass wir halt diesen Pass irgendwie brauchen, so, ne? Und dann sind wir dann mit dem zur Bahnstation zurückgerast, so. Der mit so einem kleinen Bus. Ja. Ich weiß nicht mehr, ob du schon mal in Asien Auto gefahren bist. Wenn die normal fahren, fahren die schon krass. Und wenn die schnell fahren? Wenn die schnell fahren, Junge, dann machst du am besten Feuer. Ja, ey, so. Ja. Der mit uns da hingebrettet, hat so die Spuren gewechselt, so, äh, also. Ja. So. Du kannst gar nicht, kannst gar nicht, fast so. Hättest du GoPro mitbringen müssen, ne? Mal, wir haben so sieben, acht Leute so fast, fast umgefahren und einer ist so ein bisschen am Auto abgetitscht hinterher. Er war schon abgefahren, ey. Ey, dann sind wir da hin, irgendwie, da rein in die Polizeistation, der das erklärt, die sofort in der nächstgrößeren Stadt angerufen, so, ist so eine Millionenstadt, dann wurde der nächste Halt vom Zug, ähm, Schienen ist das gewesen, so. Also, den Zug angehalten, da, so festgehalten, diese Abteile durchsucht, so, ey, voll krass, Mann. Und dann, ähm, mussten wir dann da hinfahren. Ja, das ist ja auch ein Sicherheitsproblem, ne? Ja, ja, klar, wenn der Pass verlierst, also, die haben da schon einen richtigen, da mussten wir uns vor die Videoüberwachung setzen und denen die Typen probieren zu zeigen, die mit uns im Abteil waren, damit die die hinterher wie so einsacken können, weißt du? Falls die den mit, falls die den Pass mitgehen lassen haben. Und dann ich so zum Kaya, da meinte ich so, äh, Alter, das können wir nicht machen, so, ne? Ja. Also, das hätten die wahrscheinlich niemals gemacht, aber damals dachte ich so, oh Gott, was, wenn die den verhaften und den in irgendeinen Gulag bringen oder so, weißt du, so. Krass. So wegen so ein paar, also ein paar Euro war schon viel Kohle, so, aber das wollte ich auf keinen Fall, weißt du, und dann hab ich gesagt, ey, hab ich gesagt, wir können die auf keinen Fall, und dann habt ihr die, ist das, wer war das so und so, und die ganzen haben dann gesagt, ja, wir wissen es nicht, wir können es nicht erkennen und so. Auf jeden Fall war das Ding dann weg, so. Naja. Irgendein Glücklicher hat das dann da, äh, sich abgegrast, so, also mitgenommen, wahrscheinlich die Putzfrau oder sowas, die hat dann wahrscheinlich so 5-Jahres-Gehälter gerade auf einen Schlag, so, mitgenommen. Das ist dann wahrscheinlich auch eine gute Adresse gegangen. Auch wenn wir das Problem waren, dass der Kollege dann zurück nach Peking musste, weil die in Wodang den Pass nicht neu machen konnten. Der musste in Peking zurück zur Botschaft und dann ... Direkt alles noch an dem selben Tag? Naja, der war drei Tage da, so bis das geklärt war oder vier oder so, und dann ist der zurück, so. Und dann war ich da alleine, so, null Chinesisch, keiner spricht Englisch, keiner spricht natürlich auch kein Deutsch, so. Und, ähm, da hab ich das erste Mal gemerkt, so, wie viel verloren geht, wenn du nicht checkst, worum es geht, so. Jetzt wär's wahrscheinlich besser, äh, nicht, weil ich besser Chinesisch spreche, aber weil ich jetzt anders natürlich sehen kann. Ich sprech die Kung-Fu-Sprache sozusagen, weißt du, was ich meine? Wenn der mir jetzt was zeigen würde, würde ich wissen, wo, wahrscheinlich, worum es geht, so. Aber damals hab ich wirklich noch keine Ahnung gehabt, so, von dem ganzen Thema. Ja, und hab mich einfach, glaub ich, auch betrieben komisch benommen, so. Die haben wahrscheinlich auch gedacht, so, Alter, was ist denn das für ein Typ, so. Ja, du hast da einfach nicht reingepasst, irgendwie, so, zum Verhalten auch. Ja, eben, wie man sich im Training benimmt, ähm, vielleicht auch, so, weil ich hab's einfach überhaupt gar nicht gecheckt, so. Ja, aber waren die das gewohnt, dass da Ausländer gekommen sind, oder? An der Schule war eben der Kollege vom Kaya, der hat lange da gelebt, so, aber der konnte auch zu dem Zeit, der konnte perfekt chinesisch, der war da ... Der hat sich dann schon angepasst. Der war da schon integriert, so, voll, ne. Und es geht alles gut, das ist super. Aber in den Schulen ist das, äh, mega nett, so, die sind alle voll in Ordnung, aber, wenn du die Hürde der Sprache nicht nimmst, ist es halt recht kompliziert, so. Mhm. Vor allem, wenn du Anfänger bist, in dem, was du machst. Und jetzt, um diesen Bogen zu kriegen, ähm, das ist eben das Besondere für mich an, an Ismet gewesen und ist immer noch das Besondere an ... An dem Meister aus Berlin, ne? Genau. Ja. Dass der, ähm, das kann, was sie können, meiner Meinung nach, mindestens genauso gut, wie die meisten da. Und er hat die Möglichkeit, das für dich zu übersetzen, so. Der kommt ... Er hat super viele Kulturkreise erlebt, so ist halt, äh, ähm, Berliner Türke, so, der in einem Hotspot in Berlin auch groß geworden ist, so, der kennt genauso die, so Jungs, so wie wir groß geworden sind, so ein bisschen, auch ... So eine Straße, die ... Ja, so ein bisschen, so in der Art, so, und, ähm, aber der ist, ähm, spricht eben vier Sprachen, hat super viele Kulturen mitgenommen, super viel erlebt und der hat eine ziemlich coole Art, das so, wie miteinander verflechten zu können. Mh, coole Sache. Ja, voll. Und dementsprechend, ähm, das war mir damals noch nicht so bewusst, aber ich hab die Videos von ihm gesehen, hab gesehen, an dem sein Kung-Fu ist einfach übertrieben. Mh, so, warum nicht dahin gehen, so. Und dann, mal nach so ein paar Denkprozessen und ein paar schlaflosen Nächten, hab ich dann irgendwann gesagt, so, okay, ich probier das, so, bin zu meinem Chef, hab gefragt, ob ich mit nach Berlin kann und so, da zu der Zeit hab ich noch so ein Abendstudium gemacht, so, und dann hab ich das dann auch hier abgeschlossen und ... Aber wie ist das denn in China ausgegangen? Ja, ich war zweieinhalb Wochen wahrscheinlich alleine, so, und dann ist der, nach einer halben Woche da, ist er zurück, war dann anderthalb Wochen, zwei Wochen in ... In Peking ist dann die Zwei-Tages-Reise wieder zurückgekommen, so, und die letzte paar Tage waren wir wieder zusammen da und dann sind wir zusammen wieder zurückgekommen. Also, das war eher eine Tortur. Also, für ihn auf jeden Fall, für mich war es auch, es war auch krass so, also, weil du bist halt alleine. Ja, also nicht so, wie ihr es euch vorgestellt habt. Ja, auf keinen Fall. Ja, ja. Aber trotzdem, ähm, unterm Strich ... Bereichernd trotzdem, ne, die Erfahrung wahrscheinlich, ne? Ja, voll. Absolut. Es war so, dass ich überhaupt eigentlich nicht gecheckt hab, worum es eigentlich geht da. Immer noch nicht. Genau, aber, ähm, ich gemerkt hab, so, ich will aber trotzdem mehr davon, so. Ich will eigentlich noch ein tiefer rein und wir haben früher so eine Stunde oder anderthalb Stunden trainiert und haben gedacht, so, wir sind voll die Krasse und so. Aber wenn du dann mal in China warst und mal das Training mitgemacht hast, das steht um morgens um fünf oder früher geht das los mit der Triller-Pfeife, dann stehst du so, dann musst du runter auf den Hof, dann stehst du da und dann, äh, äh, muss man erst mal laufen. Dann sind wir dann mit den Kindern da durch die Stadt durch, so. Ich mein, ich hab ewig Fußball gespielt, ich hab gedacht, ich bin fit, so, aber ey, ich bin diesen zwölfjährigen Kindern fast nicht hinterhergekommen. So, die sind da die Berge hoch und runter geflitzt. So, ich bin schon gestorben. Nach dem ersten Training war ich schon eigentlich fertig, so kannst du sagen. Das ist real life, ne? Vorm Frühstück. Ja, das war so. Nicht so eine Fake-Scheiße. Das war auf jeden Fall keine Fake-Scheiße, so. Das war richtig, äh, das war richtig hart, das auch zu spüren mal, was das eigentlich bedeutet, so. So, und dann, ähm, ja, dann hast du Frühstück, hast kurz Pause, dann hast du Training bis am Mittag, dann hast du Mittagspause und ab vier hast du wieder Training, ein paar Stunden und nach dem Abendbrot hast du eigentlich wieder Training. Wie viele Stunden hast du am Tag trainiert? Boah, also so Minimum acht würde ich jetzt beschätzen. Aber verteilt jetzt, immer Essen dazwischen, ne? Ja, genau, mit Essen und die Mittagspause ist lang. Und habt ihr immer was anderes trainiert? Also morgens zum Beispiel Fitness, durchlaufen und so und dann später halt irgendwelche Moves oder wie war das? Genau. Aufgeteilt. Ja, genau, genau. Du hast eigentlich, also kommt drauf an, wo du warst, so. Ich war ja auch in, also zum Beispiel der Ismet, bei dem ich dann die längste Zeit auch in China verbracht habe hinterher. Ich war ja, ähm, über ein Jahr hinterher auch noch da, so. Aber der Ismet ist zum Beispiel der erste Ausländer gewesen. Der zurück nach Wudan gegangen ist und da seine eigene Schule in China aufgemacht hat. Also das heißt, du bist dann zwischenzeitlich dann nach Berlin erstmal gezogen. Genau. Mit der Firma. Genau. Hast dann beim Ismet, hast mit dem Kontakt aufgenommen. Ich hatte das vorher schon geklärt, so, dass ich da nicht schläft. Ich habe gesagt, ich komme nur, wenn ich bei dir in der Schule wohnen kann, komme ich. Wenn nicht, komme ich nicht. Der Job war mir nicht so wichtig wie, äh, wie das Training. Und dann hat er gesagt, nee, dann haben wir uns kennengelernt. Er hat gesagt, pass, ich kann das so nicht sagen, du musst mal kommen. Die Leute in der WG haben da auch ein bisschen so ein Wörtchen mitzureden. Und dann bin ich da hingekommen, habe die da kennengelernt. Da war gerade sein Meister auch da, zufälligerweise, aus China. Und haben wir dann alle irgendwie zusammen gegessen. Und war super nett. Und er hat gesagt, so, ja, guck mal, wenn du kommst, dann hast du hier ein Bett. Und das war es so. Und danach hat es noch fast anderthalb Jahre gedauert, eben, weil ich meine Schule noch zu Ende machen wollte. Habe aber in Berlin keine Schule gefunden, an der ich die Ausbildung fertig machen konnte. Und das war für mich mega wichtig zu der Zeit. Weißt du, ich habe ja alles so Katastrophen... Dass du die abschließt. Genau, ich habe ja so alles so als Katastrophenkind gemacht. Ja. Meine Schulausbildung war ja Katastrophe und so, du weißt ja selber. Genau, bin ja auch hängen geblieben dann in der Neunten und so. Und dann so mit Schimpf und Schande von der Schule geschickt worden. Und das hat mich so voll, irgendwie hat mich das die ganze Zeit begleitet. Ja, du wolltest das gerade biegen. Für mich persönlich, ich wollte mir einfach beweisen, so, dass ich auch mal, wenn ich will, dass ich was machen kann. Und das war von dem Sinne her krass eigentlich, weil mich das eigentlich gar nicht interessiert hat. Die ganze Thematik, so Chemie und Mathe, ist überhaupt nicht meins gewesen. Aber ich habe gesagt, so, hey, ich habe das jetzt angefangen, ich mache das jetzt zu Ende. Und dann bin ich zu meinem Chef, habe gesagt, hey, ich kann die Schule da nicht zu Ende machen, ich brauche noch zwei Jahre. Und der meinte, ja, zwei Jahre dauert das, bis die Abteilung hier zumacht. Und wenn du willst, kannst du einfach, kannst du die Ausbildung hier, kannst du deine Ausbildung zu Ende machen. Und du begleitest quasi das Schließen der Abteilung, also bleibst bis zum Ende mit dabei, machst hier mit zu. Nachdem die Ausbildung fertig ist, gehst du nach Berlin. Habe ich dann nochmal mit Mismit gequatscht und gesagt, hey, ich kann kommen, aber es dauert noch. Ist das auch möglich noch in einem Jahr oder in zwei? Und er hat gesagt, ja, kein Problem. Und dann bin ich aber vorher schon mal dann nochmal zum Training, da mal für eine Woche hingefahren und so, um mir das mal anzugucken, das Ganze. Cool. Und so ist es dann gelaufen. Dann habe ich die Ausbildung abgeschlossen und dann bin ich mit 30 nach Berlin gegangen. 30 war ich da. Und dann bist du in Berlin vier Jahre geblieben, hast da trainiert bei dir? Mit Unterbrechung, genau. Also ich war zwei Jahre da und dann habe ich gemerkt, dass es mit dem Arbeiten und dem Training so nicht hinhaut. Also 100 Prozent arbeiten und probieren, jeden Tag zu trainieren. Ich habe das nicht auf die Kette gekriegt. Das war zu viel. Viel zu anstrengend, viel zu viel. Das habe ich halt irgendwie anderthalb Jahre geschafft. Dann habe ich gemerkt, ich will eigentlich mal tiefer noch in die Materie. Und dann habe ich mir eine berufliche Auszeit genommen von acht Monaten. Und zu meinem Chef habe ich gesagt, hey, ich würde gerne mal, kann ich das machen? Und dann, ja, gibt es sowas überhaupt? Und dann habe ich gesagt, ja. Ich wollte dich gerade fragen, gibt es sowas? Gibt es. Also ich bin zum Betriebsrat gegangen, habe mich da erkundigt und so. Mit welchem Argument? Ich möchte Kung-Fu trainieren. Ja, genau. Ich will weg, ich will nach China, ich will Kung-Fu trainieren, ich will einmal mein Hobby so leben. Traut euch Leute. Ja, absolut. Das Beste, was man machen kann. Ihr könnt auch nach München zum Oktoberfest. Oh Mann. Ja, genau. Und dann bin ich, da hat der Ismail tatsächlich auch gerade zufälligerweise in der Zeit seine Schule in China aufgemacht. Das war so, hat wieder, es sind sehr viele Zufälle gewesen. Schicksals. Absolut Momente. Sehr viel. Sag mal, die Rede haben sehr häufig, so ab 26 Jahre, 26. Lebensjahr, bei mir sehr häufig ging das so. Ineinander über. So ziemlich übertrieben zufällig ineinander über. Ja, ist doch Hammer. Ja, super. Und dann hat er da die Schule aufgemacht. Dann habe ich, ich wollte ja erst zu dem alten Meister wieder gehen. Dann habe ich gesagt, Ismail, ich komme zu dir. Ja, da hat er gesagt, auf jeden Fall, mach das. Und ja, dann bin ich dann zu ihm nach China. Und da waren dann, da ist das Training sehr abwechslungsreich gewesen. Aber prinzipiell, jetzt nur nochmal um auf die Länge vom Training und von der Aufbau. Meistens war es so, sind wir morgens aufgestanden, recht früh, viertel vor fünf, teilweise früher. Und dann machst du Meditation oder Qigong. Qigong ist so, das Arbeiten so mit den eigenen Körperenergien, sag ich mal so ein bisschen. Mit Atmung auch und so. Hat alles mit Atmung zu tun. Atmung, Struktur, Geist, das kommt alles zusammen. Das harmonisiert sich alles so ein bisschen oder soll sich so gegenseitig ausbalancieren. Das wäre wieder der, von dieser Geschichte, der das Tai Chi erfunden hat, wäre das sozusagen Meditation im Sitzen. Und das Qigong ist Meditation im Stehen. Nennt sich Qigong. Also Qigong ist eben so ein, sag mal, ein Fluss zwischen zwei Polen, also ein Strom oder ein Fluss. Oder oft wird so als Energie übersetzt, was vielleicht nicht ganz 100 Prozent stimmt immer. Aber mein Lehrer sagt, man beschreibt es am besten mit einem Flow zwischen zwei Punkten. Und Gong ist immer Arbeit. Also das bedeutet, im Endeffekt ist das Ziel, dass du alltäglich, sag ich mal, dich bewegst und alltägliches machst, aber das trotzdem in dir drin hast, diese Meditation irgendwo. Genau. Im aktiven Zustand. Wenn es möglich ist. Das ist das Ziel. Ja, wenn es möglich ist, ja. Dass du das schaffst. Genau. Ist nicht so leicht. Das kann ich mir vorstellen. Aber das ist erstrebenswert. Ja, absolut. Also es wird ja nicht umsonst dann hinterher als dieser, ich weiß nicht, ob man das als Endzustand, aber mit einer der höchsten Dinge, die du erreichen kannst, ist eben dieser Zustand von dieser, von diesem Tai-Chi, von dieser höchsten Harmonie. Und der Weg dahin führt über ein normales Leben, normales Leben, ja, also mit Dedication zu den Dingen so. Aber eben diese Art von Meditation oder diesen Zustand in diesen Alltag zu übertragen. Wie auch immer. Auf jeden Fall hat das Ganze so dann gestartet. Meditation am Anfang oft, dann Qigong, dann gab es Frühstück. Was wurde so gegessen? Also gab es da bestimmte Sachen, die man isst und bestimmte Sachen, die man nicht isst? Ja, es ist alles vegetarisch in der Schule. Also unter der Woche war vegetarisch, wir in die Stadt gefahren, uns konnte hinterher machen, was er wollte. Also es war so eine Art Cheat-Zeit dann, Cheat-Day oder was? Ja, 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 voll, genau, genau. So an der Schule war, das Essen war, je nachdem, wo wir waren, so, wir hatten auch an unterschiedlichen Orten trainiert, so. Wir haben einmal an einem vollen krassen Tempel und so trainiert. Da war alles sehr einfach, obwohl das Essen immer noch sehr gut war. Dann waren wir unten in der Stadt an so einer Zwischenschule. Das war von den äußeren Umständen war das eine ziemliche Katastrophe. Das Training war aber super intensiv und mega gut in der Zeit so. Und dann hinterher hat er, also in Wudang selber nochmal, also seine Endschule in Wudang gehabt. Da gab es so zwei Haushälterinnen, denen dieses Haus gehört hat, wo wir zur Miete drin waren. Also ihr seid dann immer gesprungen von Ort zu Ort oder wie? In diesem Ort selber sind wir gesprungen, genau. Wir waren erst, kannst du sagen, sind wir in diesem Tempel gewesen. Das hat hinterher nicht mehr funktioniert so. Zu eng oder was? Ja, es war zu eng. Wir waren in so einem, der Tempel heißt Wulungung, also Tempel der fünf Drachen. Und da ist es so gewesen, dass du, ist einer der schönsten Plätze, die ich bis jetzt gesehen habe. Der Tempel ist recht verfallen, so Ruinen-Style, aber wirklich übertrieben schon an einem mega, mega, mega schönen Platz. Und wir waren da in einem kleinen Bauernhaus untergebracht, so. Aber wir haben zum Beispiel zu acht in einem Zimmer gepennt, so, in Hochbetten, so. Und es gab ein so ein Fenster, so. Und es gab keine Duschen oder es gab eine Dusche, so. Die durfte man aber nur einmal in der Woche benutzen, weil die kein fließendes Wasser oben hatten, so viel. Also vom Istment her durfte man das natürlich schon, aber die Bauern haben das dann so gesagt, nee, nee, auf keinen Fall. Das heißt, du hast dich nur so ein bisschen gewaschen an so einer Tonne, so. So eine Vogelwäsche oder wie nennt man das? Ja, Katzenwäsche. Katzenwäsche. Genau, so Katzenwäsche so ein bisschen gemacht, so ein bisschen, so zwei Tropfen unter die Achseln geworfen, so. Aber du konntest auch nicht waschen, also außer wenn du von der Hand gewaschen hast, oder? Ja. Sondern das musstest du alles am Wochenende, bis du dann in die Stadt gefahren hast, das dann unten gemacht, so. Aber du kannst dir vorstellen, wie das gestunken hat in diesem Raum, mit diesem einen Fenster, so. Wir haben die Tür offen gelassen in der Nacht dann, damit wenigstens so ein bisschen frische Luft, so. Aber, Alter, das war Katastrophe, so, ne? Und das war halt nur bis zu einem bestimmten Punkt hinterher noch machbar. So, so. Nicht mehr zugelassen. Der Tempel war mega schön, aber es hat draußen, ey, 35 bis 40 Grad, kein Schatten, so. Ja. Und dann haben wir da trainiert, so. Ja. Also das war, für eine Handvoll Leute war das machbar und aushaltbar, so, für so einen Kern, der da wirklich durch wollte, auch so, der gesagt hat, ey, weißt du was? Genau richtig. Wir wollen einfach hier sein, das ist genau so. Aber du musst ja auch so ein bisschen, du hast ja ein bisschen so ein Business. Ja, du musst ja Nachsicht haben mit den Leuten, die etwas schwächer dann auch sind, ne? Ja, einfach, oder die das nicht gewohnt sind, so einfach so, ne? Auch da, so, auch Klos und so, ist alles so, muss man sich erstmal dran gewöhnen, an den Style so ein bisschen, ne? Und dann war das einfach alles so hinterher, es kamen so ein paar Sachen zusammen. Auf jeden Fall, ähm, ist es dann irgendwann so, hey, äh, wir müssen, wir müssen hier runter, wir ziehen um. Wir sind dann runter in die Stadt, vor diesem Berg quasi und hatten da wie so eine Zwischenstation für zweieinhalb Monate in so einem, äh, Gulag, kannst du sagen. Ja, so ein Loch. In so einem Loch, ja, ja, das war so eine… Aber hatte genug Platz? Es hatte genug Platz erstmal, ähm, es war aber, ähm, wir waren in einer anderen Kung-Fu-Schule zum Untermieter drin oder so und das war so ein 80er Jahre, so Kommunistenpalast, so mit, äh, so mit bewachtem Eingangstor auch so ein bisschen, also, was sagt, aus wie ein Riesenknast. Eigentlich so, so, es war so kaputt, dass so die, dass du zwischen den Gebäuden, das waren so vier Etagen, dass du so an einer Stelle wie springen musstest. Nicht übertrieben, aber sagen wir mal so, was weiß ich, zehn Zentimeter Spalt zwischen den Gebäuden, die eigentlich hätten zusammenstehen sollen, so. Zwei Fragen, einmal habe ich dich unterbrochen, was die Trainingsstruktur angeht, also morgens hast du gesagt, mehr, äh, Meditation, Fitness. Die Anzahl der Einheiten war eigentlich immer gleich. Wir haben eigentlich an vier, viermal am Tag haben wir eigentlich trainiert, so. Das erste Training war meistens Qigong, dann gab's Frühstück und dann wurde eigentlich richtig hart trainiert, so. Dann die erste Einheit vom Mittag, äh, vom, von nach dem Frühstück, das war so dann um acht bis um halb zwölf, so. Da wurde dann richtig geknallt, so. Da wurden dann Grundlagen, äh, das, äh, Grundlagentraining, kannst du sagen, so. Zumindestens jetzt, äh, da an dieser krassen Kung-Fu-Schule, wo wir dann waren, also an diesem, äh, Dingsbau da. Was zum Beispiel? So Kicks. Hm. So, hast du Tag und dann Tag, 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 eine Bahn nach der anderen, eine Bahn nach der anderen. Also wirklich übertrieben hart, super viel Stretching, auch richtig hart Stretching. Ähm, und dann hat jeder eigentlich die Möglichkeit, einen Stil zu, zu wählen. Hm. In Mudan gibt's verschiedene Stile, die von da kommen. Also, ähm, die bekanntesten ist eben Tai-Chi zum Beispiel. Es gibt Bagua-Chan, das hat so viel mit Kreisdrehen zu tun, ist so ein verwirbelter Stil, so ein bisschen ganz schön, so ganz Spiral, äh, auf Spiral-Power ausgelegt, so. Äh, dann haben wir, bei uns gab's Baji, Baji ist so ein Stil, so ein Bodyguard-Stil, sag mal, der so fiel nach vorne, super explosiv. Und, ähm, zu der Zeit konntest du, war Schwert noch ein Thema auch so, oder auch ein Thema zu der Zeit so, was einige dann trainiert haben. Und dann ist so jeder in seine Gruppe gegangen, es gab dann halt unterschiedliche Gruppen, die unterschiedliche Sachen trainiert haben, und da hast du dann deinen Stil trainiert. Aber auch da waren's mehr Grundlagen von den Stilen, so Basics aus den Stilen, so. Und du hast halt bis zum Mittag trainiert, das war auch super hart, so. Also du musst dir das vorstellen, ähm, ich bin dann mit der Satschi, die war auch da. Du hast deine Frau dort kennengelernt? In Berlin hab ich sie kennengelernt, so, aber da sind wir zusammengekommen. Das heißt, in Berlin war sie da auch schon Schülerin vom ISMED? Die ist da auf Seminare gekommen. Okay. Die hat da mal, oder eine Trainingswoche da gemacht, so. Und, äh, da war sie noch keine Schülerin vom ISMED, also hat noch an einer anderen Schule trainiert, aber die ist dann immer mal wieder gekommen und hat da Sachen mitgenommen, so. Und dann ist sie da hingekommen. Und sie ist aber aus der Schweiz ursprünglich? Genau, genau, die ist aus Thunen, beziehungsweise aus Bern. Ja, ja, und sie ist dann da auch in dem Lager mit gewesen? Genau. Okay, genau. Also, um die Frage dann auch zu beantworten, da waren jetzt nicht nur Jungs? Nee, 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 das war, äh. Wie viele Mädchen waren da, oder beziehungsweise wie viele Frauen? Wie viel Prozent? 30, 40 Prozent. 30 Prozent? 30, 30. Ah, doch schon viel, ne? Ja, ja, ja. Krass. Gab's da auch so den einen oder anderen, ähm, wie sagt man? Ferienflirt? Ja, das auch, aber das meinte ich jetzt nicht. Ich meinte jetzt irgendwie so einen reichen Sohn, wo der, wo der Vater den da hingeschickt hat, aber der eigentlich nichts wirklich drauf hatte oder nicht wirklich Bock hatte oder so. Äh, es gab so viele unterschiedliche Charaktere, die da aufgekreuzt sind, ey, da könnte man einen anderen Podcast draus machen, an Leuten, die da so über den Weg laufen, so, in allen Bereichen, so, schon ein Sammelsorium von abgefahrenen Charakteren, würde ich sagen. Ja, aber die kamen jetzt aus der ganzen Welt jetzt, ne? Mehr oder weniger, also hauptsächlich mal aus Europa, Deutschland, Europa, viele, weil die es mit da am bekanntesten war oder vielleicht immer noch ist, wahrscheinlich. Er stützt sich ja dann auch nach seinen Kontakten, beziehungsweise nach den Leuten, die ihn kennen. Genau, genau, genau. Aber dann hinterher ist es so querbeet gewesen. Es sind tatsächlich Leute, auch Chinesen, waren an der Schule gewesen dann bei uns, so, die das gut fanden. Südamerika, Nordamerika, also Kanada, USA, aus der Ukraine sind Leute da gewesen, aus Griechenland. Aber das waren dann bestimmt auch Leute, die es wollten. Mal so, mal so. Es gab Leute, die wollten das so ein bisschen mal kennenlernen, was passiert denn da überhaupt. Es gab Leute, die wollten richtig tief rein. Es gab Leute, die waren mega lange da. Ein paar Jahre sind die da geblieben. Es gab Leute, die sind für zwei Wochen, für vier, für drei Monate gekommen. So, je nachdem. So, es sagt ja, tausend Leute, tausend Charaktere. Ja, ja, gut. Ganz unterschiedliche Ziele, auch für sich selber so. Genau. Und dort hat sich quasi die Liebe oder Zuneigung zueinander entwickelt. Ist das dann dort entstanden? Ja, das ist da so mehr oder weniger entstanden. Wir mochten uns schon in Berlin, haben wir uns beide gut leiden können, so, eigentlich viel Zeit miteinander verbracht. Aber da war, da war es einfach noch nicht so, dass da irgendwie was. Und dann in China sind wir uns dann tatsächlich so, sind wir uns dann näher gekommen. Cool. Und das heißt, seid ihr dann auch, habt ihr dann auch als Team trainiert oder hattet ihr dann verschiedene Richtungen? Genau. Genau, also Teile vom Training waren zusammen. Die waren einfach Grundlagen für alle, so. Eben dieses Wushu-Training, beziehungsweise Keks und Stände und sowas, da sind alle durchgegangen, so. Und danach haben die, konnte jeder seinen Stil machen. Und meine Frau macht einen anderen Stil als ich, so. Die hauptsächlich trainiert, dieses Baguajan, dieses Verdrehte da. Und ich habe was ganz anderes trainiert, so. Deshalb war ich dann auch in einer anderen Gruppe, was auch gut war, dass man nicht die ganze Zeit so aufeinander rumgehangen hat. Ja. Und dann haben wir bei mir zusammen, dann sind wir danach natürlich zum Mittag gegangen, zusammen und dann Nachmittagstraining wieder. Und das war so ein bisschen so ein Scheidepunkt, als ich da hingegangen bin. Ich wusste nicht genau, kann ich das? Will ich das überhaupt, so? Ist das so, oder jag ich irgendeinem Traum nach, der überhaupt gar nicht mein Traum ist, so, sondern einfach ein Hirngespinst und sowas? Und da war so der Knackpunkt eigentlich. Ich bin da hingegangen, so mit diesem Gefühl, so, ich möchte eigentlich, dass sich das hier entscheidet für mich, so. Ich habe natürlich gehofft, dass das so im Tempel so bei einer Meditation passiert, wie so eine Erscheinung, wie man sich das halt so, ah, jetzt weiß ich, ich bin genau richtig hier, so. Aber es war richtig so, das kam mit der Backpfeife, so, pack, pack. Ja, das Training war brutal, Mann. Es war brutal, die Umstände waren brutal, so. Ja, aber da hätte ja auch einer sagen können, das ist mir zu hart, oder? Da haben der eine oder andere gesagt, das ist mir zu hart. Da sind auch einige wieder gegangen, so. Das war hart, das Training war von der Struktur hart und ich habe es mir selber nochmal an einem Punkt, so, wo ich, ich glaube, es hat bei mir so viel mit nicht vorhandenem Selbstvertrauen zu tun. So viel ist bei mir so in der Schule kaputt gegangen. Unter dem Regime der Lehrer. Unter dem Regime der Lehrer, der Liese meint eine Realschule. Die gibt es ja nicht mehr, ne? Ja, ja, ich weiß. Ich war tatsächlich nochmal da, habe nochmal geguckt letztens. Ja, genau, da gab es die nicht mehr. Wie auch immer, auf jeden Fall ist viel von meinem Selbstvertrauen da in die Brüche gegangen. Im Sinne auf, kann ich Dinge, so. Wenn ich was will, kann ich das? Oder kann ich das? Bin ich einfach zu dumm oder zu faul oder was auch immer so, ne? Und ich habe es mir einfach dann nochmal so doppelt hart selber gegeben da, weil ich einfach an einem Punkt war, wo ich gesagt habe, so. Also, da waren so viele Widrigkeiten von außen zu diesem Zeitpunkt in Wudang, die auf mich und über mich drüber gerollt sind, so von Stress mit Kollegen, die da waren auch und so, die dann wieder gegangen sind, wo wir eigentlich gesagt haben, so, hey, wir wollten eigentlich was zusammen aufbauen und so. Und Stress mit dem Training selber, so Dingen hinterher gelaufen, wo ich gedacht habe, das geht viel schneller und es hat nicht geklappt und so. Bis zu dem Punkt, wo ich mir wie so ein Rennpferd so Scheuklappen aufgesetzt habe, so. Wo ich gesagt habe, so, ey, es ist mir egal, was hier passiert, so. Egal, wer was sagt, egal, von wem das kommt, so. Ob das von meinem Lehrer kommt, ob das von dem kommt. Ich mache jetzt die Augen zu und marschiere hier die letzten zwei Monate durch, so. Du hast Fokus bekommen. Fokus, so richtig Eisenschmiede, sage ich mal, so. Aber dann habe ich es mir einfach so mal zwei Monate besorgt, wenn man das mal so ganz plump sagen will. Und zwar so, und da kannst du vielleicht irgendwann, falls die Sachi mal mitkommt auf dem Podcast oder so, kannst Sachi fragen, wenn wir zusammen am Mittag sind wir immer in so eine, da gibt es so einen Moslem-Nudelmann da, so, die machen so selbstgezogene Nudeln. Da sind wir jeden Mittag essen gegangen, so. Und zwar so, dass ich in diesem Laden nicht sitzen konnte, weil ich so einen Muskelkater hatte. Ich musste nach vorne gebeugt über dem Tisch lehnen. Wenn meine Muskulatur kalt geworden ist, konnte ich mich nicht mehr bewegen. So, so bin ich auch morgens aus dem Bett, das hat so zehn Minuten gedauert, ich bin die Treppen runter und habe mich so am Geländer langgezogen. So einen übertriebenen Muskelkater hatte ich so. Kann man sich eigentlich, naja, hatte ich vorher auch nicht gedacht, dass es sowas gibt und vor allen Dingen, dass der so lange bleibt auch. Man sagt immer so, ja, Muskelkater, drei Tage ist das weg, so, ey, gar nix da. Es kommt drauf an, welche Muskeln du beantworte. Ja, 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 genau, das kann schon mal ein paar Monate gehen, so. Also nicht ein paar Monate, aber das ging lang, so. Vielleicht anderthalb, zwei Wochen oder so. Aber da hast du dir ja auch dann selber bewiesen, dass du es durchstehen kannst, ne, wenn du es nimmst. Ja, zum Teil auf jeden Fall. Das hat ein bisschen gedauert, bis das richtig in Fleisch und Blut übergegangen ist. Also ich bin immer noch nach den zwei Monaten weggegangen und war immer noch so mit mir selber nicht ganz sicher, so. Egal, wie viel du von dir gibst, du hast immer das Gefühl, da an der Ecke hättest du noch ein bisschen mehr geguckt. Und ich konnte das nicht genau, ich konnte das nicht einpendeln für mich. Wo eigentlich der Punkt ist, wo so, ey, bist du eigentlich bekloppt? Ob das noch drin macht, ne? Ja, du trainierst wie ein Berserker und hast trotzdem das Gefühl, du, weißt du, dann habe ich so zwei Stunden trainiert und habe eine Übung irgendwie nicht richtig gemacht und hatte dann das Gefühl so, oh man, das war nicht gut. Aber das ist doch genau der Weg, den man erreichen muss. Bin ich mir nicht sicher. Ist das nicht der Weg zum Perfektionismus? Dann ist die Frage, was ist perfekt so? Ob das, was da ist, nicht schon perfekt ist, ne? Das ist die Frage so, ob man das einfach nur nicht sieht. Wenn das dann schon wäre, würde man doch gar nicht aufstehen und mit dem Training anfangen. So sieht es aus. Ich sage nicht, dass es nicht zu dem Zeitpunkt genau seinen Platz hatte in meinem Leben und auch da sein musste und auch, dass ich das durchaus Leuten empfehlen kann, das mal so zu machen für eine Periode in ihrem Leben. Aber ich habe das Gefühl, wenn du nur so denkst, in diesem Mindset bleibst, dann frisst es dich irgendwann auf. Wenn du selber das Gefühl hast, du wirst dir nie genug, du kannst nie deinem Lehrer genug bringen, dass du sagst, hey, mein Lehrer hat, also der gibt mir vielleicht immer das Gefühl, ich mache nicht genug. Und wenn du das vielleicht dann hinterher für dich übernimmst, also in dir selber, dass du immer das Gefühl hast, alles, was du machst, ist unzulänglich, dann wirst du meiner Meinung nach über kurz oder lang, bricht dich das auch so. Verfolgst du den Weg eines Fighters oder verfolgst du so einen vollkommeneren Alltag, ein vollkommeneres und glücklicheres Leben? Weil ich glaube, wenn du der vollkommene Fighter sein willst, da kommst du nicht drum rum, dass du genau diesen Weg einschlägst. Guck dir mal die ganzen großen Fighter an, wie Mike Tyson. Ja, aber wenn du zum Beispiel Mike Tyson, der macht ja auch einen Podcast, du kennst mich schon, Hotboxing zum Beispiel. Wenn du hörst, so wie Bastian dahin gebracht hat, also wie er wieder aufgewachsen ist, mit Brooklyn und so, wo der herkommt, mit welcher Intention auch der das gemacht hat. Da ging es nur, nicht nur, aber großteils darum, andere Leute auch zu verletzen. Ich sage nicht, dass er hat ja mit dem Boxen das Ventil gefunden, was auch gut für ihn war. Aber ich glaube, wenn du ihn heute reden hörst, dann spricht er oft davon ein, dass ihm dieses Ich oder diese Hülle, die er damals getragen hat, oder dass er da auch nicht, jetzt nicht mehr ganz komfort mitgeht. Das ist viel reflektierter, wenn du ihn jetzt hörst. Dem tut das teilweise leid, den anderen wehgetan zu haben. Ja, ich glaube, einfach die Art und Weise, der ist wie, ja. Aber deswegen, also ich meine, mittlerweile hat er jetzt wieder einen Showkampf gemacht. Aber sein momentanes Mindset ist ja auch nicht das Mindset eines Kämpfers mehr. Also im Gegensatz zu früher, sage ich jetzt mal. Ja, kann sein. Aber ich glaube eher, wenn du ihn hörst, hat er das wie verschoben. Der hat den Kampf einfach auf eine andere Ebene gelegt. Ich habe das Gefühl, der ist auf eine Art sehr spirituell auch so. Der hat den Kampf nach innen geholt. Ich glaube, der hat den Kampf jetzt auf ein anderes Plateau gelegt, so quasi. Und ich glaube, dass wahrscheinlich viel von dem, wie er es vorher gemacht hat, hilft auch dabei so. Aber ich glaube, dass du mit dem Ansatz von dort, dass du nie genug machst, dass es nie passt so, an einem bestimmten Punkt vielleicht auch nicht mehr ganz, auch nicht mehr ganz weitergeht. Ich weiß es nicht so. Ich bin weder, habe ich bis jetzt den Weg, so, weißt du, bin ich erleuchtet und noch sonst irgendwas so. Ich kann das Licht noch ein bisschen weiter anmachen. Aber ich habe zum Beispiel gemerkt, in meinem Training, desto mehr ich mir Dinge greifen will, desto schwerer wird das hinterher. Desto gröber wirst du. Desto mehr du probierst, Dinge wie ... Zu akzeptieren, ne? Entstehen, ja, zu akzeptieren, aber trotzdem trainierst. Also, aber mit einem anderen Mindset. Nicht das Mindset, ich trainiere, weil ich will, sondern ich trainiere, weil ich trainiere und schaue, was passiert so. Du wirst ein bisschen feiner, du wirst ein bisschen ... Ja, fein ist, glaube ich, vielleicht schon ein gutes Wort dafür. Und dann passieren andere Dinge so. Ich habe viel mit so, ich habe vom Gefühl her, ich habe zu viel verpasst, so. In meinen ersten 25 Jahren habe ich nicht so das gemacht, was ich hätte machen sollen und wollen. Und dann habe ich viel zu viel in den letzten Jahren probiert, auch so zu, also dann wie zu greifen. Du wolltest das nachholen quasi, was du verpasst. Ich wollte es unbedingt nachholen, volle Pulle, volles Programm so. Und, ah, das möchte ich und das will ich und dies will ich und so. Und das wird langsam so ein bisschen, wird das entspannter. Und dadurch hat sich viel bei mir in meinem Kung-Fu verändert. Es ist viel angenehmer, viel entspannter geworden, obwohl ich immer noch viel trainiere. Aber das Mindset wird anders so. Weißt du, was ich meine? Und dann dadurch wird das Training auch ein bisschen anders. Du bist dann gelassener. Ja, diese innere Fight wird so ein bisschen ruhiger. Aber da ist auch meine Frage bezüglich Kung-Fu an sich, also wo Kung-Fu neben den anderen Kampfsportarten steht. Also ich habe mal mit Karate angefangen. Das war ganz schön und ganz cool, weil es das überall ja auch in den Medien vertreten war. Aber also auf dem Boden hat das ja nicht viel gebracht, weil du den Gegenüber ja noch nicht mal berühren darfst. Also als Kunst kann man das vielleicht eher bezeichnen, aber jetzt nicht als Kampfsport, Selbstverteidigung. Also da habe ich das eher nicht gesehen. Und das hat mir dann als Kind auch nicht gereicht. Und dann habe ich irgendwann Kickboxen und dann Teilboxen gemacht. Mir geht es eigentlich nur um diese Steigerung. Das war mir einfach zu lasch. So, dann war mir das Kickboxen auch zu lasch. Nee, da habe ich zu wenig gespürt und ich kann zu wenig Damage machen bei dem anderen. Und das Teilboxen war dann so irgendwie die Krönung. Wohingegen ich sehe zum Beispiel bei dem Kung Fu, ohne das jetzt wirklich selber gemacht zu haben, aber meine Kinder, die waren zwei Jahre beim Kung Fu, mit dem Hintergedanken, dass man dort dann auch so ein bisschen seine spirituelle Seite auch kennenlernt. Und das Ganze so im Einklang auch mit der Umwelt ist, dass es nicht wirklich nur darum geht, jetzt irgendwie den Baum da zu fällen, weißt du, ich meine den Gegenüber da irgendwie unschädlich zu machen, sondern auch eine Weisheit für sich, für seinen Alltag auch mitgewinnen. Und dass das Kämpfen nur ein Teilaspekt des Ganzen ist. Also ich habe zum Beispiel letztens mal mit einem MMA-Kämpfer eine Diskussion gehabt, MMA ist das Nonplusultra, weil da verbindest du alles und da machst du jeden unschädlich, egal woher der kommt. Und da halt die Frage so, würde ein Kung Fu-Meister in dem UFC und Co. eine Chance haben? Und auf der anderen Seite, ist das überhaupt, was Kung Fu ausmacht? Boah, das ist eine krasse Frage. Das ist eine gute Frage, auf jeden Fall, absolut. Weil das Ding ist ja, MMA ist ja total roh. Wenn ich jetzt da ausholen würde, würde ich erstmal sagen, Kung Fu bezeichnet mal grundsätzlich alles an Kampfkunst, was aus China kommt. Dementsprechend ist das so vielseitig und hat so verschiedene Aspekte auch, weil es so viele verschiedene, das ist ja alles vor allen Dingen früh auch viel so in Familien, Clans und sowas weitergegeben worden. Und dementsprechend hat sich das in so viele Stile und Unterstile und Unterunterstile und Richtungen entwickelt, dass es mir schwerfällt, das alles jetzt über einen Kamm zu schermen und zu sagen, das ist Kung Fu. An 95 Prozent der Kung Fu-Schulen, wenn du den Lehr, den Meister davon, die sind alle, wahrscheinlich alle alt, aber selbst wenn du einen von den guten Studenten nimmst, so von, sagen wir mal, traditionelle und modernes Kung Fu und Wushu, also wo es hauptsächlich um Formen und so weiter geht und um Anwendungen, so. Und du nimmst die und stellst die in einen Oktagon, UFC-Style, so, dann haben die da, würden die da kein Land sehen, die Kung Fu-Leute, meine Meinung nach so. Weil es ganz spezifisch unter spezifischen Regeln im Oktagon zugeht und die Leute, die das machen, haben sich die verschiedenen Aspekte aus verschiedenen Kampfkünsten gesucht, die perfekt unter diese Art von Umständen passen und funktionieren. So wie Brazilian Jiu-Jitsu, Ringen, Boxen, Muay Thai. Das sind so die... Die Umstände meinst du wahrscheinlich auch, dass zum Beispiel das Kampffeld begrenzt ist. Du triffst dich zu einem bestimmten Zeitpunkt, zu bestimmten Regeln, auf einem bestimmten Gewicht, mit einem Gegner, auf den du dich vorbereitest und so weiter und so fort und dann geht es da drinnen los so. Das macht es natürlich, ich will jetzt nicht sagen limitiert, das wäre jeder, der MMA trainiert so, also ich selber habe auch MMA trainiert in Thailand, ich war ja ein halbes Jahr auch in Thailand, habe Brazilian Jiu-Jitsu gemacht, habe geborgst, habe Muay Thai gemacht und so. Oder jeder, der das trainiert, der wird zu 95 Prozent auf der Straße auch zurechtkommen. Genau. Was ein bisschen fehlt bei dem Runtergebrochenen hinterher, aber das muss auch, kann auch jeder Fighter für sich hinterher selber entscheiden, wie zum Beispiel Mike Tyson, der dann jetzt auch so ein bisschen den Weg nach innen sucht. Oder je nachdem, von wem du Interviews hörst, so Georges St-Pierre zum Beispiel, wirkt auch sehr reflektiert, probiert so dieses Martial Artist, den Fight mit sich selber zu suchen so ein bisschen oder den Weg der Warrior, Weg des Kämpfers zu gehen so ein bisschen. Aber auf den reinen Skill, eins zu eins, ist glaube ich momentan das MMA im waffenlosen Kampf ziemlich weit vorne. Eben weil es runtergebrochen viele, viele Stile kombiniert so. Nichtsdestotrotz kannst du zum Beispiel aus dem Kung Fu extrem gute Aspekte, könntest du da mit reinbringen. Ich habe heute noch so zufälligerweise noch überlegt, wie für mich so ein perfekter Fighter im Ring aussehen würde, wie ich den zusammensetzen will, wenn ich das könnte. Für mich wäre das immer noch ein Mix aus ganz vielen verschiedenen Dingen. Ich würde dem zum Beispiel die Präzision der Hände von einem Boxer zum Beispiel, so würde ich den aufstellen. Also Hände von einem Boxer. Das ist jetzt, wenn wir Frankensteins Monster als Kämpfer zusammenstellen. Genau, ich würde dem zum Beispiel die Schrittarbeit und das Rein und Raus, würde ich aus dem Karate nehmen. Das Gespür am Mann, also das Spüren und Fühlen für Gewichte würde ich aus dem Tai-Chi, würde ich zum Beispiel reinnehmen. Das Spüren des Zentrums des Gegners, so. Dann die Übergänge wären Sanda, also Sanda ist ein Kung Fu aus China, wo das auch mal aus allen Kampfsportarten runtergebrochen worden ist. Das ist eine Art Kickboxen verbunden mit Ringen, also mit Werfen, so. Die haben extrem schnelle und saubere Eingänge aus der Box- und Kickdistanz in die Wurfdistanz, so. Das haben die den Ringern meiner Meinung nach auch immer noch voraus, so. Aber was die Ringe haben, die haben wahnsinnig gute Kontrolle auf dem Boden, so. Das würde ich zum Beispiel, wenn ich einen Fighter hätte, würde ich so dieses Dagestan, Habib und so und Co, so die ganzen. Das ist zum Beispiel Kontrolle auf dem Boden, Kontrolle und Ground and Pound, wenn du das willst, so. Und Submission wäre Brazilian Jiu-Jitsu, zum Beispiel, auf dem Boden. Also wenn du dann da bist und probierst vom Rücken aus zu arbeiten und so, würde ich Submission-Game, so. Das wäre für mich so, das wäre aber auch eigentlich fast aus allen, so. Könntest du so das Kicking-Game, so eventuell noch vom Taekwondo so ein bisschen. Was würde dem aus einer, aus der Sicht des Kung Fu fehlen? Von dem, was ich so gehört habe, bis zum Beispiel, so zum Beispiel wie Habib, der lebt recht streng, habe ich das Gefühl, nach so einem gewissen Kodex für sich selber. Wo Religion eine große Rolle spielt, wo so Verbundenheit mit Familie und Freunden, so, füreinander da sein, Clan-Verhalten sozusagen, eine große Rolle spielt, so. Da ist das für mich zum Beispiel da. Nicht nur den Fame nach vorne stellen, so die Kohle nach vorne, das Ego, so, wie es leider so zum Beispiel vom Gefühl her jetzt so ganz mit so einem Conor McGregor passiert ist, so. Weißt du, so von seinem Style, wie er fightet, finde ich, habe ich den immer als meine so Nummer eins an Fighter gesehen. Von dem, was mir gefällt, wie er sich bewegt, wie er trainiert, so, wie er das Ganze angegangen ist, so. Aber den hat der Fame durch die Decke geschossen, so. Der ist irgendwo auf einem anderen, in einem anderen Universum gelandet, so. Jetzt die Frage, kommt er zurück, will er zurück, so, muss er zurück, ist auch eine Frage, so. Aber da hast du so das Gefühl, ja, da ist vielleicht ein bisschen was verloren gegangen, so. Der hat einfach den, das war zu krass, zu viel, zu schnell und so. Das kann ja auch passieren, aber da ist dann halt die Frage, das Kung Fu, gibt dir das dann diese Erdung? Es kann, ist einer der ganz großen Aspekte tatsächlich bei uns im Training, bezieht sich auf Verwurzelung und Erdung, so. Das ist einfach ein großer Aspekt, das hat was mit der Herangehensweise an sein eigenes Training zu tun, weil ich kenne super viele Leute, die Kung Fu machen und das gar nicht haben. Weil man sich dafür, meiner Meinung nach, auch so ein bisschen wie entscheiden muss, dass das, dass das wird. Du kannst selbst, also wenn du, wie soll ich das erklären, du kannst selbst, wenn du zu viel nur Meditation machst oder so, auch da kannst du wie fliegen. Dann bist du ein Spinner. Ja, ganz böse gesagt ist es genau. Also du musst dich da trotzdem unter Kontrolle haben, auch wenn du loslässt. Unbedingt, unbedingt. Es sind immer die Füße, die mit beiden, wie sagt man, mit beiden Beinen auf dem Boden stehen und bei uns im Kung Fu sagst du, du stehst eigentlich im Boden. Verwurzelung geht tiefer als auf dem Boden zu stehen. Und das muss man üben, so. Das kann man dafür, als hast du zum Beispiel diese Säulen stehen, was wir haben, damit kann man sich extrem gut nach unten hin verbinden, weil du einfach zum Beispiel Position hast im Qigong, wo du eine halbe Stunde oder länger einfach in einer Position stehst. Du stehst, hältst die Arme hoch und atmest so. Und du atmest zu deinem Zentrum, also da, wo deine, die, so sagen wir mal, der Hauptenergie-Tank liegt, dein Körper so, atmest dahin, atmest eins, füllst und mit dem Ausatmen probierst, sich zu lösen. Und durch das Lösen, wenn du das hinterher mit einer Zeit, eine Zeit lang gemacht hast und das kannst und kennst, so ein bisschen, hast du die Möglichkeit, dass du wie, du wirst immer schwerer, so vom Gefühl her, auf den Füßen. Und irgendwann verbindet sich das dann so ein bisschen. Das sind dann die ganz großen und guten Lehrer, so, die kriegst du hinterher, tatsächlich wird das wie von einem Gefühl. Als ob die Wurzeln haben. Also, genau, wenn du mit denen dann eben ins Ring gehst, so, in die chinesische oder in unsere Kung-Fu-Variante, von einem Tui-Show, das sind so klebende Hände, so eine Art Ring. Und die kriegst du dann einfach kaum noch bewegt, so, weil die immer ihr Zentrum unter Kontrolle haben, also ihren Schwer- und Mittelpunkt und weil die sich in den Boden rein so ein bisschen verwurzeln können, so. Aber das ist ein richtiger Skill, so. Das ist so wie so ein Muhammad Ali, der durch den Ring schwebt und so als Schwergewicht 100 Fäuste in einer Minute abfeuern kann. Also, ich kann mir dann vorstellen, dass das Ganze auch dadurch, dass es ja halt auch so eine lange Tradition hat und auch so viele Sachen aus dem Alltag auch mit aufnimmt, so viele Weisheiten auch mit aufnimmt, dass es deswegen dann halt auch ein runderes Konzept ist, als wenn du einfach nur irgendwo hingehst, um Boxen zu lernen. Es ist möglich, meiner Meinung nach, genauso wie du das sagst. Das Wissen ist auf jeden Fall da und die Übungen dafür sind auch alle da. Das Problem ist, was ich gemerkt habe in den Kampfkünsten, ist viele Leute, also in den inneren Kampfkünsten, so wie wir die machen, sind viele Leute, die zu früh glauben, sie haben zu viel gecheckt. Und das sind die, die genauso, wenn ich jetzt von Conor McGregor rede, durch die Decke gehen und wegschweben. Und das wiederum hat das MMA uns so ein bisschen zum Teil eben voraus, oder das ist ein bisschen leichter, die haben das Erden ein bisschen dadurch, zum Beispiel, wenn du, ich war in Thailand, hab ein halbes Jahr lang eigentlich jeden Tag BJJ gemacht, also Brazilian Jiu-Jitsu Grappling. Und dein Ego wird dir einfach so ein bisschen aus dem Körper gewirkt. Du wirst auf den Boden gebracht. Genau, im wahrsten Sinne des Wortes. Und du bist auf den Boden so, du kommst da rein, selbst, du hast vielleicht schon ein paar Jahre Erfahrung in anderen Kampfkünsten oder Kampfsportarten, kannst dich ein bisschen bewegen und so weiter und so fort. Und du gehst rein so und dann kommt irgendein Kerl, irgendein kleiner Typ, der vielleicht noch nicht mal das zehn Jahre macht, sondern vielleicht nur drei Monate und der verschnürt dich. Und so ist dann deine, du musst von unten durch und dann geht das so Step by Step, so dass du dich da so ein bisschen hocharbeitest. Du bist sehr realitätsnah, meiner Meinung nach. Dadurch, dass du immer wieder weißt, okay, der hätte mich jetzt umgebracht. Und viele, die nur Formen laufen im Kung Fu, so ihre Bewegungen in der Luft machen, keinen Kontakt, richtigen Kontakt oder maximal so Anwendungen machen. Also das heißt, okay, du tust jetzt, da schlägst du mich hier und ich nehme den Arm und ziehe das da raus oder drehe das hier oder mache ich diesen Hebel. Also nicht praktisch quasi. Es ist überhaupt, es ist, ja, du musst es, wenn du das realitätsnah trainieren, es muss nicht jeder, man muss das nicht realitätsnah trainieren, aber wenn du das Gefühl hast, du willst was checken, in dem Kampfaspekt selber, so meiner Meinung nach, führt kein Weg am Minimum an Sparring vorbei. Also Handschuhe an, Helm an. Kommt also alles wieder aufs Gleiche raus. Ja, und dann kommt auch an, wo du hin willst so ein bisschen. Und du hast natürlich die Möglichkeit, dass du musst, wenn bei uns an der Schule, musst du das zum Beispiel nicht machen. Wenn du das nicht willst, aber du kannst es. Du kannst, genau. Wir machen das, aber du musst es nicht. Aber das ist ja gerade dann das Interessante, dass du halt in dem Kung-Fu dann halt auch diese beiden Aspekte hast. Zum Beispiel, wenn du jetzt boxen gehst, dann hast du wirklich nur das Kämpfen. Da kommst du nicht drum rum. Du kannst ja nicht sitzen und drüber philosophieren, wie die Forst liegt. Ja, das ist so. Aber heutzutage, sag ich mal so, viele von den alten Kellerboxschulen haben viel auch auf Fitnessboxen umgestellt. Der Endfight von Ip Man 1. Warte mal, gegen wen hat er gekämpft? Gegen den Japaner, gegen diesen japanischen. Ja, stimmt, gegen den General da oder sowas. Geiler Kampf. Wäre der aus deiner Sicht sehr realistisch? Also ein Film ist immer ein Film. Ja, ein Film ist immer ein Film, ist immer unrealistisch. Also so wie die sich da bewegen und das mit dem hin und her fliegen und so. Wenn der so gut war, wie man über ihn sagt, dass das war, warum nicht? Ich meine, wenn du Tai Chi machst und nur Formen übst, also diese Bewegungsabläufe, ein bisschen durch die Luft streichelst und so, wird es schwer. Denn das erste Mal, wenn dich die Faust zwischen die Augen trifft, dann war es das mit tief und entspanntem Atmen. Wenn du das nicht unter Stress geübt hast, weißt du, was ich meine? Dann gehst du ganz schnell in den Flucht- und Panikmodus. Oder so der Hase im Scheinwerferlicht. Affentechnik, Storchkranik, Tigertechnik. Hab ich. Was mit Schlangentechnik, Bruder? Hab ich auch. Ja, hab ich. Ist das nur Joke oder sind das wirklich Formen, die was bringen? Naja, das sind Formen, die was bringen. Ja. 100 pro. Also, ganz ehrlich, ich würde das ja nicht machen. Ich frag dich ja deswegen, ich will es wissen. Also, ich meine, wenn ich das für Schwachsinn halten würde, würde ich das nicht machen. Aber, man muss auch sagen, jetzt zum Beispiel unsere Tierformen sehen jetzt so ein bisschen anders aus, jetzt wie, was weiß ich, so, was weiß ich, Jackie Chan Tierformen. Also, waren die überzogen? Kommt drauf an, was du damit schulen willst. Bei uns gehören die ganzen Tierelemente. So, wir haben, bei uns gibt es fünf Tiere. Das nennt sich das Fünf-Tiere-Qi-Gong auch. Das ist so Drache, Kranich, Tiger, Schildkröte und Schlange. Und da geht es ganz viel um Körperausrichtung. Und Harmonienschule. Also, wie schule ich meinen Körper? Also, wie schaffe ich das, dass sich zum Beispiel Hüfte in Harmonie mit der Schulter bewegt? Wie schaffe ich es, dass Knie sich in Harmonie mit den Ellbogen bewegen? Oder Füße mit den Händen zusammen? Und es geht da um bestimmte Bewegungsmuster zu kreieren. Also, ich würde jetzt nicht, wenn mir auf der Straße einer kommt, so, und der will mir ein paar aufs Maul hauen, würde ich jetzt nicht in einen Kranich übergehen und so, weißt du, so ... Nicht wie Daniel Sun? Der hat ja Karate gemacht, aber das war ja Kranich. Aber der Kranich-Kick hat funktioniert, so. Da hat Anderson Silver mal mit seinen Titeln verteidigt, so. Also, so viel zum Karate-Kranich-Kick, so. Aber ich würde nicht so stehen, so, weißt du, was ich meine? Also, dann würde ich auch schauen, dass ich meine Deckung habe und dass ich da schlage. Dass du das natürlich auch nicht dem Gegner zeigst, was du vorhast, ne? Ja, vor allen Dingen, dass ich erst mal so aus der Distanz raus arbeite oder ich würde laufen, so, je nachdem, was wäre so. Das Prinzip ist eher eine Schulung. Eine Schulung. Also, da geht es ganz viel um Kanäle zu öffnen, so ein bisschen. Also, so Körpersäfte zum Fließen zu bringen und ganz spezifische Bewegungsmuster zu schulen, so. Wenn du, also bei uns sprichst du von drei äußeren Harmonien, so, die man dann auch braucht, also es gibt drei innere, drei äußere. Und das sind eben, wenn sich Hüfte und Schultern verbinden und dann Ellbogen und Knie und so weiter. Und das kannst du halt mit bestimmten Übungen ganz gut schulen, so. Und das zum Beispiel, meiner Meinung nach, hat zum Beispiel so Mike Tyson übertrieben gehabt, so. Der hat für mich auch Internal Boxen, so. Also, aus dem Inneren raus das Arbeiten, so. Sonst hätte der niemals mit einem Meter 80 so schlagen können, wie er geschlagen hat, so. Wenn das nicht alles verbunden ist, so. Es gibt ein Video von Tyson, wo der Schattenboxen macht, so. Da siehst du so, wie er im Ring einfach Kombinationen schlägt. Und du siehst, wie so eine Welle durch den Körper läuft, so. Wie so eine Schlange, ne? Wie eine Schlange. Und das ist zum Beispiel eins von den Prinzipien, die man bei uns probiert, auch zu schulen, so. Dass du die Kraft nicht aus den Fäusten kommst, so. Oder aus den puren Muskeln, sondern aus der Bewegung. Aus der Bewegung, genau. Aus deinen Sehnen, so. Also, dass die Sehnen wie so Peitschen und Schnappen, so. Patsch, patsch, weißt du, so. Dieser One-in-Punch von Bruce Lee, wenn du das mal so willst. Das ist ja auch, der hat ja keine, sondern der hat den Tag. Das ist eine Intention. Du nimmst ja die Kraft auch aus dem Boden. Das siehst du bei Mike Tyson so. Meiner Meinung nach holt er seine Energie aus dem Boden, aus seinen Beinen, oder aus dem Boden, durch die Beine. Und er hat diese Umsetzung mit der Hüfte, ist extrem. Mike Tyson spricht ja dann von, wenn er schlägt, dass er alles so mit Bad Intention macht. Böse Absicht. Ja, der will wehtun. Und das legt er alles, das ist ja eine Intention. Ist ja auch internal arbeiten. Du drückst was aus, du bringst was raus. Eine Absicht. Eine Absicht, genau. Wenn der dich schlägt, so, der schlägt dich nicht, weil er den Kampf gewinnen will, sondern der schlägt dich, weil er deine Milz oder deine Leber hinter den Mond schießen will. Genau. Und so sehen die Schläge auch aus. Der hat diese Art von... Brutalität auch. Und von Energie, die der kanalisieren kann durch seine Fäuste. Deshalb hat er die Leute mit, er ist 1,80 Meter und er hat die 2,10 Meter Leute so geschlagen, dass sie einen halben Rückwärtssalto ist. Ja, fast wie Slapstick, wenn du die Leute ausknockst. Und klar, der ist schnell und so, der ist athletisch, der ist explosiv. Der ist einer meiner Lieblingsfälle bis heute. Also jeder, der Kampfkunst macht, so. Und den, wenn er ihn kämpfen sieht, Scheiße, was er da außerhalb des Rings gemacht hat, ist eine andere Geschichte. Aber wer das nicht akzeptieren kann, dass der Typ ein absolut genialer Fighter ist, hat einem meiner Meinung nach keine Ahnung. Wie sieht es denn mit Hadouken aus? Ja, gut. Soll ich mal einen machen, oder was? Kann man das bei euch lernen? Ja, klar. Ist das realistisch? Also ich habe es noch nicht gesehen, so viel zu dem Thema. Ob ich das glaube, dass man... Gibt es also diese alten Meister in China, wenn du die mal... Hast du die mal gefragt? Ob die so einen Energieball abfeuern können? Ja, ob es sowas gibt. Ich selber habe die nicht gefragt, aber ich kenne Leute, also zum Beispiel meinen Trainer, der bei einem trainiert hat, der hat jetzt kein Hadouken gemacht, das wäre jetzt ein bisschen zu billig, aber der hat so seine inneren Energien, so sein Chi, was man beispielsweise so trainiert, schon von Kindesbeinen an, der ist durch so eine Hardcore-Schule durchgelaufen auch, dass der da recht spektakuläre Sachen mitmachen konnte. Der hat jetzt keinen Energieball abgefeuert, so wie in so einem Manga-Comic oder so, aber der hat so, bei dem sagt man so Hände, die zerstören konnten und Hände, die heilen konnten. Also diesen One-Inch-Punch. Ja, ich glaube, der konnte das wahrscheinlich sogar von mehr als One-Inch ohne berühren. Aber nicht als Punch jetzt, sondern einfach so als... Energiewelle. Als was, was sich übertragen lässt. Ich meine, alles ist Energie. Du bist Energie, ich bin Energie, deine Aura ist Energie. Und der hat halt eine Möglichkeit gefunden, oder ist so trainiert worden, dass er diese Dinge wie von außen beeinflussen kann. Ich spreche nicht so gerne davon, weil das immer so überesoterisch anhört. Weil das sich albern anhört. Das hört sich auch albern an für viele. Ja, ist so. In meinen Augen ist das nicht albern so. In meinen Augen auch nicht. Jeder, der so ein bisschen spirituell ist, oder wie auch immer, so... Oder mit Streetfighter aufgewachsen ist. Der weiß, wovon ich rede. Ganz genau. Aber meiner Meinung nach ist das, wenn du mit deinen Körperenergien arbeitest, ist das möglich. Aber du musst ein abgefahrenes... Du musst so wie Tyson sein dann. Es ist einer von... Ja, und find den mal. Hunderttausend so. Find den mal, ne? Find den mal und sei erstmal selber in der Lage, die Art von Training zu machen. Auf jeden Fall, ja. Also. Das ist eine krasse Sache. So wie Tyson, der mit 13 so zum... zu Castamato gekommen ist und der den bis 20 nicht aus dem Keller gelassen hat. So ungefähr. Der hat den da in einen Killer verwandelt. So wie Unleashed, ne? Mit Jet Li. Ja, absolut. Aber ist ja so. So Tyson, der sagt ja, bis 20 hat er eigentlich so... Da war nur das Ziel, dieser Weltmeister zu werden. Der jüngste Weltmeister aller Zeiten. Und darauf ist alles hinausgelaufen. Und das hat er geschafft. Und das hat er geschafft. Erzähl doch nochmal ganz kurz was über deine Schule. Vielleicht nochmal so die Brücke. Du hast deine Frau in China noch immer intensiver kennengelernt. Und da seid ihr auch da zusammengekommen. Genau. Und wo kam dann der Gedanke, in die Schweiz zu ziehen und dann dort eine Schule zu öffnen? War das dann schon irgendwo ein Plan, den ihr da hattet? Also in China selber noch nicht. Das hat auch gedauert. Wir haben danach anderthalb Jahre fast eine Fernbeziehung geführt. Ich war fünf Monate in China. Sie war zwei Monate da. Ist ja früher wieder weggefahren. Und ich bin nach China auch noch zehn Wochen nach Costa Rica gegangen. So einfach surfen. Das war so mein zweites Hobby, wo ich auch unbedingt noch machen wollte. Danach bin ich wieder zurück nach Berlin und habe dann wieder probiert, normal zu leben da. Also zurück in die Akademie rein. Und dann habe ich probiert, meinen alten Job habe ich wieder aufgenommen. Und habe dann trainiert. Dachte am Anfang so, ja voll easy. Lässt sich ja super locker machen. Und nach drei Wochen hatte ich so richtig, so wie sagt man, so Rock-Bottom-Style. So richtig, so richtiges Loch. Dann habe ich gedacht, ich hatte das Gefühl, ich bin eingeschmiert, man hat mich eingesperrt. Ich saß dann in diesem, ich habe ja in der Farmer gearbeitet, in so einem Glaskasten drin. Ist ja alles nach außen hin abgeriegelt, dass keine Keime reinkommen und so weiter. Das muss ja alles unter bestimmten hygienischen Voraussetzungen produziert werden. Und dann, ich weiß noch, ich habe in diesem Büro, in diesem Glaskasten drin gesessen und rausgeguckt und dachte so, Alter, was machst du? Also was machst du hier? Gerade nach der Zeit, die du quasi draußen an der Natur und in verschiedenen Ländern auch verbracht hast. Genau. Und das habe ich so lange Zeit so vor mich hingeschoben und habe dann probiert, irgendwie dem Training gerecht zu werden, was ich in Mudan gemacht habe. Ich habe irgendwie gehofft, dass ich das weiter aufrechterhalten kann. Habe aber acht Stunden am Tag noch dazu gearbeitet und habe noch eine Fernbeziehung geführt, so wo ich alle drei Wochen in die Schweiz gefahren bin, beziehungsweise Sachi ist dann, wir haben immer so alle zwei bis drei Wochen, ist entweder sie gekommen oder ich, bin in die Schweiz gefahren. Dann hatte ich irgendwann im Sommer so einen richtigen, fast wie ein Burnout. Da habe ich so viel gemacht. Ich wollte, habe gleichzeitig angefangen, eben in Berlin an der MMA-Schule noch Kickboxen und Grappling zu machen, habe meinen Kung-Fu probiert, weiter zu trainieren. Dann sind die Kollegen aus der Schule, sind auch zum Teil nochmal nach China gegangen, musste dann auch Unterricht übernehmen da und gucken, dass es da so ein bisschen läuft. Bloß arbeiten war so richtig, dann war irgendwann der Kanal so richtig voll. Und dann bin ich zum Training gegangen, zum MMA. Und dann ist mir beim Grappling einer, ist abgerutscht, so bei so einem Guard-Pass. Also ich habe eben mit einem Guard gehabt, du hast die Beine geschlossen, also mit einem Close-Guard, hast du die Beine geschlossen um die Hüfte rum. Der hat das geöffnet und wollte dann mit dem Knie drüber sliden. Und ich habe den irgendwie aufgehoben, also so hochbekommen. Und dann ist er über meinen Beinen rübergerutscht und ich habe keine Ahnung mehr ganz genau, wie das passiert ist, aber ist mit dem Knie in meine Rippen rein. Und hat mir dann irgendwie zwei Rippen verknackst, gebrochen oder geprellt oder was auch immer. Bei Rippen spielt es keine so eine Riesenrolle. Da ging dann nichts mehr so. Da konnte ich mir nicht mehr schlafen, nicht mehr dies. Und dann habe ich mich krankschreiben lassen, zwei Wochen. Und bin dann nach in die Schweiz zu Sachi gefahren, hinterher so nach einer Woche. Habe ich gesagt, ob ich jetzt hier rumhänge, verletze, oder fahre ich da eine Woche dahin? Und dann hatten wir so ein Gespräch, wo wir dann irgendwie bei ihr auf dem Balkon gesessen haben in der Wohnung. Und dann habe ich gesagt, Mann, ich weiß nicht, was ich machen soll. Da war ich richtig geknickt. Und dann meinte sie so, hey, was willst du machen? So, was willst du machen? Und ich so, Mann, keine Ahnung, ich würde am liebsten wahrscheinlich Kung Fu machen. Und dann meinte sie so, ja, na dann, was brauchst du denn, um das machen zu können? Und dann meinte ich so, wie meinst du das so? Ja, meinte ich, was bräuchtest du, um das machen zu können? Und dann habe ich gesagt, ja, keine Ahnung, ich müsste nochmal drei Jahre nach China. Und dann meinte sie so, drei Jahre sind mir ein bisschen zu viel, aber zwei Jahre kannst du gehen. Und dann habe ich so gesessen, wie meinst du das? Ja, dann meinte sie so, ja, von meiner Seite aus, kannst du zwei Jahre gehen so. Und dann hat sie gesagt, probiert sie mitzukommen, noch wenigstens für ein Jahr oder so. Und dann habe ich so, wie meinst du, ja, so, weißt du, so 15 Jahre nonstop gearbeitet, so ein bisschen. Und dann, wie jetzt kündigen und dann in die Schweiz kommen oder was, oder wie, oder weißt du so. Und dann hat sie gesagt, ja, also wenn du, warum machst du das denn nicht? Ja, habe ich gedacht, so, ja, keine Ahnung, vielleicht bin ich schon zu alt oder so. Ne, ich glaube, wie war ich denn da, so 35 oder so. In den Disney Club kommst du ja dann nicht mehr. Ne, absolut. Ja, vor allen Dingen dann so, diese Idee zu haben, dann so alles auf Kampfkunst zu setzen. Also alles so. Alles auf eine Karte, ne? Alles auf eine Karte so. Dann zu sagen, so, ich mache es so und ich probiere das durchzuziehen. Ja, aber du hast ja dann einen richtigen Partner dann gehabt. Und zwei Jahre. Ja, ja, klar. Natürlich, aber trotzdem so auch da, wir hatten Fernbeziehungen halt so. Du weißt ja auch nicht so, hey, alles ist so, wie kommen wir klar, wenn wir tatsächlich so mal geballt, so auf einem. Und dann habe ich irgendwie, habe ich dann gesagt, okay, ich mache es. Und in dem Moment, wo ich mich entschieden habe, das zu machen, ich sage dir, da sind wieder die Räder des Schicksals in Bewegung gekommen. Und dann ist es so wie, Alter, mit dem Job, die haben dann wieder in Berlin zugemacht, sind wieder zurück nach Leverkusen gegangen. Die gleiche Story, Mann. Nur andersrum. Nur in die andere Richtung. Und dann war natürlich klar so, wenn die gehen, probieren die immer Leute loszuwerden. Das heißt, es gibt immer Programme, wo Abfindungen gezahlt werden. Dann habe ich tatsächlich genau so viel Geld bekommen, wie ich brauchte, um diesen Trip zu machen. Dadurch, dass ich gegangen bin. Und dann war so klar, okay, das ist gut. Aber vorher hatte ich natürlich schon so, ich hatte schon so Nächte, wo ich dann aufgewacht bin, dachte so, Alter, du bist ja wahnsinnig. Was machst du, wenn du dich verletzt? Und dann hast du keinen Job mehr. Trennst dich dann deine Frau, also deine Freundin trennt sich dann eventuell von dir. Kannst keinen Kung-Fu mehr machen. Du bist ja kein Jackie Chan, der das mit acht anfängt oder mit zehn oder so. Und jetzt probierst du irgendwie mit 35 noch Kung-Fu-Meister zu werden oder was so. Weil das Level war ja definitiv noch nicht da so zu der Zeit. Auch nicht das Level, um eine eigene Schule aufzumachen. Von meiner Empfindung her auf jeden Fall. Also dann bist du wieder zwei Jahre nach China gegangen? Ja, dann sind wir zusammen neun Monate erstmal gegangen, nach Wudang. Wieder zu Ismet an die Schule. Und dann sind wir von da aus zusammen nochmal sechs Wochen nach Bali. Haben wir diesen Urlaub nochmal zum Schluss gemacht. Dann ist sie in die Schweiz zurück. Und ich bin von Bali aus nach Thailand gegangen und war dann sechs, sieben Monate in Thailand noch an so einer riesen MMA-Schule. Puket-Top-Team. Auch nochmal da so. Shout-out. Das war auch eine ziemlich intensive Zeit so. Aber dann halt ging alles ums Grappling so. Das war das Hauptthema. Aber dann habe ich noch viel Boxen gemacht da. Also vor allen Dingen viel Privatstunden-Boxen. Von da aus bin ich nochmal sechs Monate dann nach China gegangen. Da waren wir dann in Hainan. Also Ismet ist nochmal umgezogen von Wudang weg nach Hainan. Ist so eine Tropen-Insel da. Und das war auch nochmal eine ziemlich intensive Zeit da. Also dann bin ich zurück in die Schweiz. So 2015 haben wir mit der Schule angefangen. Dann war das so Ende 2014 oder so. Glaube ich. Müsste das gewesen sein. Genau. Dann hatte ich so mit Arbeitsamt-mäßig hier noch so ein bisschen ich hatte das Arbeitslosengeld mir dann nicht auszahlen lassen. Hatte dann noch irgendwie Anspruch, das zu nehmen. Hatte dann so ein bisschen so ein Deal da mit dem Typen, der das gemacht hat. dass ich gesagt habe so hey, ich baue mir ein Geschäft auf. Ich brauche einfach von euch zehn Monate Unterstützung. Dann habe ich das. Aber in der Zeit, du hast mir die Zeit, dass ich mich nicht irgendwie so. Du musst ja eigentlich da sein und dir tausend Bewerbungen schreiben. Du musst ja alle, was weiß ich, jeden Monat drei Bewerbungen oder so abgeschickt haben. Du musst stramm stehen für die. Du musst stramm stehen, so genau. Aber dadurch, dass es kein Harz war, also kein Harz vier, sondern das Arbeitslosengeld zwei oder wie das, nee, oder Arbeitslosengeld eins. Arbeitslosengeld eins, genau. War das wohl im Rahmen der Möglichkeiten. Das war ziemlich, man muss sagen, also man modzt ja immer viel über das Arbeitsamt und so, aber das war echt korrekt. Also der hat mich so nach vier Monaten hat er mir nochmal einen Brief geschrieben, mich nochmal vorgeladen, wenn man das so will. Dann bin ich dann aufgetaucht, dann habe ich ihm das alles gezeigt, was ich bis dahin gemacht habe und so. Und das ist bis dahin dann auf jeden Fall auch funktioniert. Also du hattest einen Businessplan quasi für die Kung Fu Schule in der Schweiz. Genau, so mehr oder weniger. Also ich bin nicht ohne Plan dahin gegangen. Ich habe schon gesagt, hey, das und das steht an, das und das habe ich jetzt gemacht. Und das war für den in Ordnung, muss man sagen. Der hat mir keinen Stress gemacht. Das war ziemlich okay. Das heißt, eure Schule, die gibt es seit wann? Seit 2015? Ja, Sommer, Ende, Anfang Herbst, so 2015. Und die betreibt hier zu zweit? Genau. Du hast erzählt, da sind ungefähr 35 Kinder und Erwachsene, wie viele? Vor Corona waren wir so, was weiß ich, 23, 24, 25, so. Das ist nicht so viel. Also roundabout vielleicht 60 Leute. Ja, so genau. Dann habe ich auch so, also jetzt sind es weniger. Nach Corona haben sich leider, weil für alle so ein bisschen auch nicht ganz so leicht so. Und ich habe zwar Online-Training gemacht und so, aber es haben sich schon auch ein paar abgemeldet. Ja, das ist klar. In der Zeit, ja, ja, wie das halt so ist. Jetzt hat es uns so ein bisschen zurecht geschrumpft bei den Erwachsenen. Die Kinder sind gewachsen zum Glück in der Zeit so. Ja. Die haben uns auch so ein bisschen den Hintern gerettet, weil bis 16 durfte man zum Glück, bei uns in der Schweiz durften alle trainieren. Ach so, das wollten die Kinder so noch. War komplett. Das war, genau, das hat uns auch so wirklich den Hintern gerettet so ein bisschen. Und dann habe ich so zwei, drei Leute, die halt noch für das Privattraining machen. Einmal in der Woche oder zweimal in der Woche und so. Aber meine Frau geht, die arbeitet noch. Also die ist noch Lehrerin an der Klavierschule, an der Musikschule, nicht an der Klavierschule, an der Musikschule und unterrichtet Klavier. Und so schafft man das eigentlich. Und ihr seid in Bern? Ja, die Schule ist in Bern. Die Schule ist in Bern. Vielleicht machst du hier nochmal ein bisschen Werbung, wo eure Schule ist, wie man da hinkommt. Also unsere Schule findet ihr in Bern auf der Willeringstraße. Altes Wifa-Gebäude, wo es sich lohnt, mal vorbeizukommen, mal Hallo zu sagen und mal ein Probetraining mitzumachen. Du hast gesagt, Social Media bist jetzt nicht so vertreten. Hast du trotzdem noch was für mich, was ich dir unten reinblende, damit jemand, der dich sucht, auch dich findet? Du kannst unsere Homepage draufstellen. Das ist www.wdp-schweiz.com Und es gibt uns auf Facebook. Ich bin einfach nicht der, der so permanent aktiv ist. Also man findet, ich poste so aktuelle Sachen, aus der Schule im Sinne von, was so ansteht, so Seminare und hier und da mal ein Video. Aber kannst du ja Insta doch auch machen. Und dann verknüpft du die zwei Posts auf Insta, kommt das da auch. Ja, ich habe das letzte Mal probiert, es hat nicht geklappt, dann habe ich es aufgegeben. Ja, ich zeige dir das nachher. Das ist gut. Und dann verlinke ich auch sein neues Insta da rein. Genau. Coole Sache. Wie sieht es denn aus eigentlich in der Schweiz, wenn ich jetzt Rigola schreie? Ist das rassistisch? Ja, wahrscheinlich. Ist halt so, es gibt dem so ein bisschen so den bäuerlichen Stempel. Ja, was aber nicht so ist, ne? Naja, Quatsch. Ja, kommt drauf an, wo du hingehst. Ja, es kommt drauf an, ne? Wenn du hier so eine halbe Stunde im Auto Richtung Eifel fährst, sind auch alles verpackt. Kommt so aus gleich heraus, ne? Ja. Ist ja auch nichts Schlechtes. Ist ja auch gut, ne? Ne, ist auch nicht schlecht. Und das hast du da auch. Es ist so in den großen Städten, so wir haben ja in Bern gewohnt, ist wie eine Stadt hier. Einfach, ich würde sagen, ein bisschen gemütlicher, ein bisschen entspannter. Also ist alles so ein bisschen langsamer. Also vor allen Dingen. Bisschen teurer? Ja, ein bisschen teurer. Wenn du mal in Berlin gelebt hast, so lange, so und da weißt du, wie die Preise sind, wenn du essen gehst, so und dann gehst du in die Schweiz und bestellst dir erstmal Essen, so dann fühlst du dich, als hätte dich einer überfallen, ey. Krass. Mindestens doppelt, bis ein bisschen mehr. Okay, okay. Vor allen Dingen in so Bereichen, alles so was mit Service und Gastronomie zu tun hat. Was sind denn die positiven Sachen in der Schweiz? Die Leute sind Hammer. Ich bin da super gut aufgenommen worden, so das war wahnsinnig angenehm, so von meiner Familie, also von der Familie, von meiner Frau von der Seite aus, als auch so von den Leuten, die ich kennengelernt habe. Das war ja am Anfang so, wurde ja immer gesagt, so ja, die Schweizer und die Deutschen, so das so, die bist nicht so beliebt, wenn du da hingehst als Deutscher. Das habe ich jetzt so gar nicht empfunden. Das ist veraltet wahrscheinlich, ne? Vielleicht ist es veraltet, vielleicht ist es immer so ein bisschen, wie man in den Wald reinruft. Ja, ich glaube auch, so wie man sich selber verhält. Ja, wenn du so ein typischer, sag ich mal, Sandalen mit Tennissocken, Deutscher bist, aber ich habe hier bestellt, so weißt du, so ein bisschen eine Reihe vordrängelt, so das ist das typische Klischee, was die Schweizer von uns Deutschen haben. Ja. So viel mit Ellbogen, ein bisschen laut, so ein bisschen so unhöflich. Prollig. Ja, und wenn du das jetzt nicht gerade bedienst, so, dann kommst du klar wohl, wie überall auch sonst so. Wir wohnen jetzt in Thun, so, das ist Stadt neben Bern, so, ich meine, da, wir sind direkt an den Bergen dran, so, quasi das ist so das Tor zu den Alpen, sag man da, wo Heidi früher gelebt hat. Da, wo Heidi gelebt hat, genau. Ne, die war ein bisschen tiefer drin, so. Wart ihr da, wo die Geschichte gespielt hat, oder gibt es das da? Das gibt es bestimmt, aber ich habe keine Ahnung, wo das gewesen ist. Wir haben bei uns einen Riesensee, also wirklich einen Riesensee, nicht so Baggerloch-Style, wo du von einer zu anderen Seite rüberspucken kannst, sondern wirklich, wirklich kilometerlang so. Alles blau, dahinter so mit Bergpanorama, ist schon traumhaft so. Und dann an Bern, die ersten Jahre haben wir ja da gewohnt so, da ist auch, da fließt dann die Aare, das ist so ein Fluss, der fließt mitten durch die Stadt durch, sind im Sommer alle in diesem Fluss drin, ist so wie ein Vergnügungspark, so ein bisschen. Und das hat schon eine extreme Lebensqualität, so, das kann man nicht anders sagen. Ich bin ja hier mit der Deutschen Bahn angereist, so war natürlich Katastrophe wie immer, so müsste ich auch nochmal einen Gruß an die Deutsche Bahn schicken. ein Antigruß, ein Antigruß, ey, die sind ja nicht. Genau, sponsert mich, dann werde ich wieder netter zu euch. Katastrophenclub, ey, egal, auf jeden Fall, so war natürlich alles Katastrophe, so hat vorne und hinten nicht geklappt, alles erst Deutsch, dann nach Mülheim und dann mit dem Bus nach Langfeld, so. Also schon krass, ey, wenn du mal so lange Jahre nicht mehr da warst, so in den Hotspots, so ey, was dir da für Menschen über den Weg laufen, so, also krass. Jetzt hör aber auf, ehre deine Wurzeln. Ja, ja, das stimmt schon. Aber man sollte schon mal über den Tellerrand gucken. Man muss mal über den Tellerrand, das Ding ist, man, so viel einfach so, ich sage nicht mal, dass die Leute schlecht sind, um Gottes Willen so, aber dieser Groove, dieser Vibe, der Vibe, der dir da so entgegenkommt, ja man, der ist schon abge, du hast so, jeder guckt so hinter irgendwo, weißt du, du hast das Gefühl, so ein Ganova nach dem anderen, so checkt dich aus, den habe ich ja noch gar nicht gesehen, so, und es ist irgendwie samstags um zwölf oder so, wo du denkst, am Mittag, nicht in der Nacht so, viel Armut hatte ich, also nicht Armut, aber so. Runtergekommen. Ein bisschen runter, es ist einfach runtergekommen, so. Und das hat es natürlich in der Schweiz, hat es auch die, also kann ich auch nicht für die ganze Schweiz, am Bern hat es natürlich auch die Viertel so, aber, ja, so Köln, Düsseldorf, Alter, also Monheim auch, so Monheim Süd-Style, so ein bisschen, wir haben einfach so ein paar Spots, wo, wo man das schon merkt, wo dir so ein Vibe entgegenschlägt, wo du manchmal denkst, boah, du hast es ja bald wieder hinter dir, da musst du ja wieder weg. Da bin ich wieder in Ruhe, in der schönen Schweiz. Genau, das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass dir eine Kuh auf den Fuß steigt. Okay, Leute, also, war auf jeden Fall hammergeil, dass du da warst. Ja, war super. Und, nochmal schönen Gruß an alle Schweizer und an alle Schüler von eurer Schule. Schöne Grüße geben. Alle, die es werden wollen. Und alle, die es werden wollen, deswegen checkt mal ab. Heute war es ein bisschen länger, aber ich finde, das hat sich auch gelohnt, denn, das ist auf jeden Fall auch mein Element, dieses Thema. Und, du bist jederzeit wieder willkommen. Wir machen bestimmt noch mal was. Es gibt tausend Storys noch. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat es gefallen. Kanal abonnieren, dann Like dalassen für den Algorithmus. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. субтитры DimaTorzok Bis zum nächsten Mal.